Herzlich willkommen zum Calisthenics-Podcast, meine Lieben. Heute ein saucooler Gast da, der Sebi Holzmann. Er ist Profi-Slalom-Fahrer für Deutschland. Er ist Weltcup 25. Aktuell startet somit auf Platz 25 in dieser Saison. Also ist ein aktiver Skifahrer für Deutschland. Ein unglaublich cooler Typ. Er war hier in München. Wir haben ein bisschen davor, ein bisschen danach Zeit verbracht. Es hat super viel Spaß gemacht. Er ist auch ein Allgäuer. Vielleicht haben wir uns deswegen so gut verstanden. Er hat super viele zu erzählen. Die Folge ist extrem gut geworden, weil wir so viele Einblicke bekommen haben in generell den Sport, in die Karriere, in das Training. Da war ich sehr dahinter, wie die trainieren, worum es geht bei denen oder bei ihm jetzt speziell. Dann auch hier und da mentale Geschichten, weil er echt eine extrem krasse Verletzung 2021 hatte, die ihn erstmal rausgeschmissen hat. Und was das einfach mit einem macht und wie er damit jetzt umgeht und was er vielleicht auch daraus gelernt hat, das erfahrt ihr in diesem Podcast. Ich wünsche euch sau viel Spaß. Mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Es ist tatsächlich auch ein bisschen länger geworden. Deswegen viel Spaß beim Podcast und wir hören uns danach nochmal. Freunde, diese Episode wird dir präsentiert von Barsflex. Wer ist Barsflex? Sie bauen Calisthenics-Anlagen, sind aus Österreich, genauer gesagt in der Nähe von Wien. Die bauen qualitativ extrem hochwertige Calisthenics-Anlagen, die modular erweiterbar sind. Und das Coole dabei ist, die arbeiten quasi immer mit verschiedenen Experten zusammen, um wirklich auch das Beste der Produkte herauszuholen. Sowohl im Ninja-Warrior-Bereich, im Calisthenics-Bereich, im Physio-Bereich und viele andere Bereiche. Hier nur mal ganz kurz erwähnt, was, sag ich mal, für uns die wichtigsten Aspekte sind. Deswegen ist das eine sehr, sehr, sehr coole Sache. Plus Barsflex supportet seit wirklich Jahren den Calisthenics-Sport, die Community. Die haben die erste portable Wettkampfanlage, die teilweise heute noch in Betrieb ist, erstellt. Und allein dadurch wurde der erste 1RM-Wettkampf 2019 überhaupt möglich, weil sie extra dafür ein Konzept entwickelt haben. Da sieht man einfach, wie sie wirklich am Zahn der Zeit sind, wie sie den Sport pushen. Und deswegen sind sie auch Partner im Calisthenics-Podcast jetzt, was sehr, sehr geil ist. Wenn du aber einen Park bei dir bauen möchtest, in deiner Region vielleicht bauen möchtest und nicht genau weißt, wie du da herangehen sollst, wen du da ansprechen sollst, dann kann ich dir nur empfehlen, unter www.barsflex.com vorbeizuschauen, da einen Termin für ein Erstgespräch einzutragen, weil dann telefonierst du da mit einem Experten und die geben dir direkt schon mal die richtigen Infos, die Herangehensweisen oder vielleicht sogar schon die richtigen Kontakte zu den Gemeinden mit, damit du da so effizient wie möglich bei dir auch eine sehr, sehr, sehr coole Calisthenics-Anlage realisieren kannst. Deswegen www.bars.com zusammen geschrieben. Mal vorbeischauen und Termin eintragen. Sebi, herzlich willkommen im Calisthenics-Podcast. Cool, dass du da bist, hier extra nach München gekommen bist. Du hast in irgendeinem Podcast mal gesagt, dass deine Lieblingsübungen Klimmzüge sind, was deine Lieblingskraftübung ist. Stimmt das? Ja, das stimmt, weil ich habe leider schon ein, zwei Verletzungen am Knie und Sprunggelenk und durfte dann eine Zeit lang nur im Oberkörper oder Rumpf trainieren, wo man sich halt einfach gut auskotzen kann. Das sind halt Klimmzüge. Plus der große Vorteil ist auch, wir machen so einen jährlichen Test, Krafttest nennt sich das bei uns einfach. Und dann ist das eine Übung mit 10 Kilo Zusatzgewicht, einfach so viele wie du schaffst. Und ja, da versuche ich mich halt immer jedes Jahr ein bisschen selber zu challengen und dann zu überbieten. Aber ja, es war schon mal schlimmer, sage ich mal so, dass ich mich da so reingefreakt habe. Mittlerweile geht es, aber ich bin immer noch sehr gut für meine Verhältnisse oder für den Skifahrer. Wie viele Wiederholungen schaffst du an dem Krafttest? Also mit 10 Kilo Zusatzgewicht, was wiegst du? 90 Kilo? Ja, fast 86, 87 Kilo ist so mein Wettkampfgewicht, sage ich. Okay. Und ich habe beim Krafttest mit 10 Kilo Zusatzgewicht 17 Stück geschafft. Boah, das ist schon stabil, das ist schon echt gut. Allerdings, ähm... Chin-Ups. Ja, genau. Aber Untergriff, sagt man, oder? Ja, genau. Das ist dann der Chin-Up quasi. Okay, ja, dann Chin-Up. Okay, aber das ist tatsächlich auch da jetzt in dem Wettkampfsport, im Calisthenics so, da geht es dann viel jetzt auch auf eine Wiederholung mit maximalem Zusatzgewicht und die Athleten können sich selber raussuchen, ob sie im Über- oder im Untergriff greifen. Das machen, okay. Genau, und sehr, sehr viele greifen im Untergriff tatsächlich, aber die Stärksten im Obergriff. Ah, witzig. Also alle Klimmzüge, die mit über 100 Kilo Zusatzgewicht bisher gepullt wurden, wurden eigentlich alle im Übergriff gemacht. Okay. Ich habe auch mal mit einem Kollegen, der auch verletzt war zu der Zeit, liebe Grüße, Manu Schmid, weißt du das? Wir haben ja auch Maximum Zusatzlast gemacht. Da hatte ich, glaube ich, knapp 60 Kilo und da habe ich auch normal gegriffen. Okay, schon richtig gut. Ja, also dann hättest du eigentlich das Maximalkraftpotenzial für einen vernünftigen Muscle-Up. Habe ich auch schon geschafft. Ich glaube, acht oder neun am Stück war so mein, aber halt. Müssen wir mal schauen. Oder zu sagen, ich habe ein Video, ich glaube, ich habe es sogar auf Insta auch, sind schon sehr unsauber. Ja, was mit sauberen Technik zu tun? Mit ein bisschen Technik, glaube ich, dass du das, also dann hast du die Power auf jeden Fall. Ja. Weil ich habe dir gerade vorhin von der Mini-Studie erzählt und da kam eben raus, so um die 50 Prozent musst du haben, um dich dann vernünftig hochzuziehen. Und da bist du auf jeden Fall ein gutes Stück drüber. Ja, also das war auch so dann eine dieser Challenges, die ich mir dann immer selber setze, so fürs Training. In dem Fall war halt dann das Knie verletzt, dass ich dann das so als Ziel habe, damit ich nicht einfach so vor mir hintrainiere, sondern auch eine richtige Challenge habe, damit was weitergeht. Hilft dir das auch dann, um mental da ein bisschen abgelenkt zu sein von so einer Verletzung? Ja, total. Also zu dem Zeitpunkt sowieso. Aber es ist halt dann sowas, so eine Materie, mit der man sich beschäftigt, die dann ablenkt. Man liest sich auch so ein bisschen in das Thema ein. Er versucht viel selber rum. Ich hatte nur Videos von Leuten, die Muscle-Ups gemacht haben. Schade, dass wir uns da noch nicht gekannt haben. Ja, dann hätte ich vielleicht schneller geschafft. Ja, und dann irgendwann hat es halt dann funktioniert. Ich bin dann so ein bisschen über die pürnerische Variante von einem Felgaufschwung hingegangen. Und ja, irgendwann war ich da auf einmal oben. Und wo ich dann gemerkt habe, wenn ich von oben starte, aus dem Stütz, dass ich mir leichter tue. Ja. Und dann habe ich das halt immer so angefangen, bis ich dann diesen, ja, clean war er nie, oder ist er nicht, sondern es ist schon ein bisschen Beinzug dabei, aber so, dass ich den mich dann getraut habe, hochzuladen. Hochzuladen. Für jeden außerhalb der Bubble ist es auch in Ordnung. Okay, ja, sehr gut. Ja, sehr geil. Ja, aber wir wollen ja, bevor wir jetzt noch abbiegen, will mich noch interessieren, wann bist du auf Calisthenics aufmerksam geworden? Boah, genau ein Zeitpunkt, schwierig, würde ich mal sagen, so vor schätzungsweise 10, 12 Jahren. Ah, krass. Also schon lange eigentlich. Ja, aber ich muss dazu sagen, ich bin auch sehr anfällig für so Videos, YouTube und so. Natürlich in erster Linie Ski-Alpin, beziehungsweise Ski-Slopestyle, Ski-Freeride. Und wenn du da so in dem Videosegment unterwegs bist, plus die Gymsachen so betreibst und dann verfließt es halt dann so von reinem Bodybuilding zu ein bisschen athletischem Training, dann war das auf einmal irgendwann auch in der Videoplaylist so drin mit den Jungs, die Human Flag und Muscle Ups. Ich habe keine Ahnung von dem Begriff, muss ich ganz ehrlich sagen, das sind die einzigen zwei. Ja, ist schon okay. Aber ja, und dann denkst du dir halt so als Athlet, du machst viel Gymtraining, du machst viel Sport. Ist es für dich auch möglich, das so zu machen, so aus dem Training raus, ohne speziell jetzt das sogar zu trainieren? Und ja, es funktioniert nicht, kann ich schon mal sagen. Man muss es schon speziell trainieren, klar. Stark, cool. Aber wir sind ja jetzt nicht nur da, um im Kalisthenics-Podcast über Klimmzüge zu sprechen, sondern über dich und deinen Sport. Deswegen würde mich mal interessieren, du bist auch ein Allgäuer und demnach ist es sehr, sehr naheliegend, dass man da mehr oder weniger am Berg groß wird. Und wann war so bei dir der Zeitpunkt, dass du gesagt hast, das mache ich jetzt sehr professionell, Skia-Klinik fahren? Ja, wo ich es kapiert habe, sage ich mal so, dass das wirklich professionell werden kann, war relativ spät. Also da muss ich es immer wieder sagen, war ich ziemlich unreif von dem Gedanken her, weil ich so Spielkind, glaube ich, bin, der das aus Lust und Laune gemacht hat. Oder weil die Freunde das auch betrieben haben. Und ich würde sagen, so mit 16, 17, 18, eigentlich eher so 17, 18, zum letzten Schuljahr, habe ich dann kapiert, so, hey, du bist so gut, dass du das hauptberuflich machen kannst. Dass du da unterstützt wirst, in dem Fall von der Bundeswehr, Sportsoldat, um es dann wirklich hauptberuflich zu betreiben. Was war da genau das, was du kapiert hast, in Anführungszeichen? Also was war der Schlüsselmoment oder wo du sagst, ich bin besser als alle anderen oder jetzt kann ich da eine Karriere drauf aufbauen? Es war, glaube ich, so, wo ich das erste Mal Weltcup starten durfte. Das war 2014, das war zwar zwei Jahre nach meinem Abitur jetzt, mit 20 erst. Das war dann der Knackpunkt, sage ich mal, aber das Ziel war ja schon vorher da, das zu schaffen. Und mit 17, 18 habe ich dann auch so beschlossen, so, hey, entweder du machst das jetzt richtig gescheit und schaffst es dann oder das plätschert so vor sich hin und dann hat es sich gleich mal erledigt. Deswegen sage ich so, mit 17, 18 habe ich so es kapiert und ab dem Moment, wo ich den ersten Weltcup gefahren bin, habe ich gewusst, das will ich auch wirklich. Und ich opfer da wirklich nochmal sehr, sehr viel mehr von meiner Freizeit für diesen Beruf, für meine Passion und dann ist halt das Hobby so zum Beruf geworden, glücklicherweise. Wie hat sich dann auch, sage ich mal, das Leben verändert von dem Zeitpunkt, wo du gesagt hast, so 16, 18, wo du noch nicht zu 100 Prozent Intuit warst und dann, als du dann Vollgas die Entscheidung getroffen hast? Also ich würde sagen, so, wenn du so mit dem Sport oder mit Skisport groß wirst, dann fällst du in so ein System rein, das einfach das deutsche System ist, dass du über einen Skiclub gehst, dann über den Landesverband gehst, über den Allgäuer Skiverband in dem Fall, bis hin zum Bayerischen Skiverband und dann Mitglied des Deutschen Skiverbandes bist. Und wenn du dann in den jeweiligen Kategorien und Rennen gut genug bist, steigst du da praktisch auf, auch altersbedingt und dann werden immer neue Trainer zugewiesen und dann kommst du in neue Trainingsgruppen, die Leute, witzigerweise die Athleten um dich herum, die verändern sich ja kaum, sondern schaffen es entweder oder schaffen es nicht. Also sie müssen aufhören, weil sie nicht gut genug sind oder schaffen es und können mitfahren oder probieren es sich noch irgendwie selber zu finanzieren und schaffen es dann wieder. Also so funktioniert das System und da hast du dann zweimal die Woche regelmäßig Training geführt von einem Trainer in einer relativ großen Gruppe, weil das wie bei jeder anderen Sportart erstmal unten raus im Kidsalter sind viele da und oben kommen halt leider wenig raus und dann wird die Gruppe immer kleiner und umso älter du wirst und umso besser du wirst, wird die Gruppe kleiner, die Trainer ändern sich, die Häufigkeit vom Training ändert sich. Und ich würde dann sagen, so mit dem Alter von 15, 16 hast du halt zwei, drei, viermal die Woche Training, so ein bisschen einen Rahmentrainingsplan, der Trainer gibt dir noch mit, was du selber selbstständig machen kannst, nebst der Schulzeit. Ich war leider ein bisschen faul und habe halt dann nur das Training gemacht, was ich machen musste mit dem Trainer zusammen, was mir auch Spaß gemacht hat, weil sonst wäre ich auch nicht dabei blieben. Und freizeitmäßig habe ich dann halt selber gestaltet, wobei ich sehr sportaktiv bin und aus einer sportlichen Familie komme, aber das war jetzt nie gezielt fürs Skifahren. Und umso professioneller es dann geworden ist und habe ich dann auch für mich entschieden, okay, ich muss wirklich, ich muss einem Konzept folgen, ich muss einem Trainingsplan folgen, ich muss den Leuten vertrauen, die da dabei sind. Und immer das größte, ja, positive, sage ich mal, Training, Übung, Ablauf für mich anwenden, damit ich vorankomme. Und so ist es dann immer professioneller geworden und dann ab dem Zeitpunkt, wo ich nicht mehr in der Schule war, ist es dann wirklich durchgetaktet gewesen. Zwei Einheiten pro Tag, Sonntag eine Regenerationseinheit und es ist halt durchgehend. Und dann, der Trainingsplan ist besser geworden, die Ernährung für mich ist so besser geworden, dann sind wieder ein paar Verletzungen dazukommen, wo ich selber wieder was gelernt habe, Neues einbaut habe, bessere Trainer auch gekommen sind. Teilweise aber vielleicht Trainer, mit denen ich nicht ganz so gut zurechtkommen bin, wo ich dann wieder mehr Selbstständigkeit gelernt habe. Auf menschlicher Ebene dann quasi? Beides. Also, ich nenne jetzt da niemanden. Ich war immer höchst zufrieden mit meinem ganzen Trainerteam. Von dem einen konnte ich halt mehr lernen, von dem anderen weniger. Aber die Ansätze sind halt verschieden, was ja super ist, was dich einfach zu einem besseren Athleten macht über die Jahre. Und da habe ich mir halt dann immer, oder hatte ich Gott sei Dank auch, sage ich mal, die Selbstständigkeit, mir nur das rauszuziehen, was ich auch brauche. Okay, cool. Ab wann entscheidet sich das, oder wie entscheidet sich das, welche Disziplin man letztendlich fährt? Sehr gute Frage. Man kann es schon relativ früh immer so ein bisschen festlegen, weil grundsätzlich fährst du erst mal nur Slalom und Riesensalom, bis du alt genug bist, auch mal höhere Geschwindigkeiten zu fahren. Ich glaube, das erste Mal Super-G oder so anschnuppern für diese Speed-Disziplinen warst du, würde ich mal sagen, mit 14, 15. Okay. Und wenn man dann sieht, dass du da auch so den Killer-Instinkt hast, dass man das weiterentwickeln kann, dann läuft es nebenher. In dem Alter läuft dann grundsätzlich mal alles. Und bei mir hat sich in dem Alter herausgestellt, dass ich nicht der Speed-Fahrer bin, sondern definitiv einfach besser in den Technik-Disziplinen war. Weil du mit den hohen Geschwindigkeiten nicht zurechtkommst? Kann auch sein. Also ich war, ich bin jetzt nicht der Allermutigste, sage ich. Ich hatte damit nie Probleme, aber ich war ein bisschen ein chaotischer Skifahrer, bis ich so 18, 19 Jahre alt war. Und das funktioniert auf dem Speed dann einfach nicht, dass es die Verletzungsgefahr ein bisschen zu hoch gibt. Und ich weiß auch nicht, ob meine Eltern irgendwann mal was gesagt haben, dass sie mich da auch nicht sehen wollen. Weiß ich nicht, habe ich nie nachgefragt. Aber ich hatte mehr Spaß im Slalom und im Riesensalum. Ursprünglich eigentlich mal auch im Riesensalum. Das war lange meine bessere Disziplin. Dann kam aber auch eine FIS-Norm-Änderung. Und die Ski wurden verändert und so. Das hat mich damals ein bisschen killt, weil ich auch nicht gut genug Ski gefahren bin, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Jetzt so im Nachhinein hat es dann meine Riesensalum-Karriere auf jeden Fall negativ beeinflusst. Und dann ist jetzt schlussendlich nur noch das Lalom übrig geblieben. Und da hat es dann tatsächlich ja jetzt klappt für die Weltplätze. Und okay, spannend, weil man ja da so ein bisschen dann, es gibt die Skifahrer und die und so. Aber klar, okay. Und wie ist dann letztendlich beim Slalom für dich so rausgefunden, dass du da auch sehr weit oben mitfahren kannst? Wie war der Prozess so, da hinzukommen? Also du fährst, sage ich mal, im Jahr erst mal mit 16, 17, 18 so an die 40 Rennen ungefähr, aufgeteilt in Slalom, Riesensalum oder dann eben auch Speed, wenn nicht sogar teilweise mehr. Und da zeichnet sich dann schon ein Trend ab, welche Disziplin dir mehr legt oder wo du mehr Durchbruch erschaffst oder international auch mehr erreichst. Für mich selber, sage ich, war definitiv der Europa Cup. Also die Vorstufe vom Weltcup. Kann man so wie zweite Liga betiteln, wenn jetzt jemand mit dem Fußball mehr relaten kann. So der Knackpunkt. Ich habe da relativ lang gebraucht, um mich durchzusetzen, in die Top 15 da zu kommen, Top 5 oder auch mal ein Podium zu erzielen. Und als ich das geschafft habe, wusste ich so, okay, im Slalom geht mehr. Im Riesensalum zum Beispiel hingegen, auch mit der Änderung der Skinorm damals, ich habe es nie geschafft, im Europa Cup Punkte zu erzielen. Das heißt, im Europa Cup Top 30 zu werden, um so Europa Cup Punkte zu machen und dann schlussendlich auch weiterzukommen, den nächsten Step zu machen. Und im Slalom hat es funktioniert einfach. Da war ich gleich mal Top 30, dann war ich gleich mal Top 15. Kannst du da ganz kurz für die Leute auch einmal erklären, wie so die Systematik quasi aufgebaut ist, wie man aufsteigen kann oder sich qualifizieren kann? Ja, vereinfacht gesprochen, es gibt die ZIT-FIS-Ebene. Ich darf mir, glaube ich, überhaupt, das ist jetzt ein gefährliches Halbwissen. Also es gibt die ZIT-FIS-Ebene, die hat eine Alterseinschränkung. Für die ganz Jungen, also ab 16 ist man in dieser FIS-Ebene, ab 15, je nachdem, welcher Jahrgang du bist. Das heißt, die internationale Ebene und dann bist du dem FIS-System untergeordnet. Da geht es in allererster Linie um die FIS-Punkte. Da sind wir, aus zwei Rennen ist es ein Schnitt von den Punkten und dann hast du eine Weltranglisteneinstufung. Die hast du schon ziemlich früh. Dann gibt es die FIS-Rennen eben, das ist dann offen für alle Altersklassen. Das sind die 40 im Jahr so circa? Ja, genau. Also in dem Alter sowieso. Irgendwann fährst du die nicht mehr, weil die dich nicht mehr weiter nach oben bringen. Da gibt es auch, das FIS-Punkte-System fängt bei 999,99 Punkten an und du arbeitest dich nach unten. Wenn du jetzt zum Beispiel zwei Weltcups gewinnst, dann gibt es 0,00 für den Sieg. Dann hast du auch 0,00 stehen. Crazy. Das ist ein bisschen verrückt, das ist auch super kompliziert, deswegen, da gehen wir jetzt nur so kurz drüber. Dann gibt es eben die FIS-Ebene, dann kommt die Europa-Cup-Ebene und die Europa-Cup-Ebene hat dann schon das Punktesystem, dass der erste Platz 100 Europa-Cup-Punkte bekommt und der 30. einen Europa-Cup-Punkt. So wie das dann auch im Weltcup ist. Das ist aber ein komplett separiertes System. Die FIS-Punkte gibt es trotzdem. Okay, also die zählt, also eigentlich wird über alles drüber gesteuert? Genau, über alles bis zum Weltcup, weil die Top 30 im Weltcup starten immer nach Weltcup-Punkten. Erst der 31. startet wieder nach den FIS-Punkten. Ah, ja. So ist das System, so ist es am einfachsten erklärt, ohne jetzt diese Punkterechnung anzugreifen, weil die ist super komplex und super kompliziert, weil da gibt es Zeitrückstände, Höhendifferenz, welche Leute sind am Start, welche Punkte schon bringen, damit der Schnitt erzielt wird und so weiter. Also es ist super kompliziert, deswegen ist es so einfacher, die Europa-Cup-Punkte und dann separat die Weltcup-Punkte. Okay, und du bist jetzt auf Platz 25 und somit startest du auch diese Saison safe wieder als 25. Also das ist quasi die Qualifikation für das nächste Jahr oder für die nächste Saison, kann man sagen, oder? Ende der Saison sind alle Rennen gefahren und dann ist das Endergebnis da und mit dem Endergebnis startet das erste Rennen wieder. Ja. Ich habe aber jetzt natürlich die Chance, im ersten Rennen wieder Weltcup-Punkte zu machen, um mich dann direkt in dem Ranking wieder zu verbessern. Und es funktioniert dann so, dass die Vorjahrespunkte bestehen bleiben und pro Rennen, ich glaube, 10% der Punkte vom Vorjahr verfallen, aber du auch wieder neue erfahren kannst. Ausgetauscht wird so quasi. So, dass das Ranking sich verändern kann, aber wenn du halt immer ständig gute Leistung bringst, dich verbessern kannst oder dich halt minimal in der Weltrangliste verschiebst. Genau, so funktioniert das System. Dann zum letzten Rennen hin ist wieder alles auf Null gestellt und dann kommt aber wieder die neue Saison und dann geht es von vorne los. Krass. Also es ist schon komplex, deswegen, das wird im TV auch super selten angerissen. Da müsste man wirklich eine eigene Folge darüber machen und am besten macht es so jemand wie, keine Ahnung, der Neureuther Felix oder der Dopfer Fritz, dass der da sachlich drüber geht, weil es sind viele Komponenten, die mit reinspielen, wie das Punktesystem funktioniert, wie sich das verändert hat auch über die Jahre, wie der Weg dann wirklich ist bis hin zum Weltcup. Und was es dann wirklich schlussendlich benötigt, um eben in den Top 30 der Welt zu sein, weil das verstehen die wenigsten, das ist super schwierig. Der 30. Platz hat, glaube ich, im Slalom-Weltcup an die 65 Weltcup-Punkte. Und wenn du jetzt ein mittelmäßiger Fahrer bist, der jetzt nie die Big Points macht, sprich in die Top 10 reinfährt, weil die gestaffelt nach unten gehen und ab dem 5. Platz dann eben, oder beziehungsweise ab dem 11. Platz kriegst du einfach nicht mehr so viele Weltcup-Punkte. Dann ist es schwierig, überhaupt 30. der Welt zu werden, wenn du dich zwar 5, 6, 7 Mal qualifizierst und 25. wirst, 26. wirst, keine Ahnung, vielleicht mal 22. wirst. Aber für den 22. Platz bekommst du 9 Weltcup-Punkte. Und dann ist es halt schwierig, überhaupt auf die 65 Weltcup-Punkte zu kommen, um in das Top 30 Ranking zu sein. Also wirklich, Top 30 ist Welt-Elite. Und das Battle, das krasseste Battle ist eben, sage ich mal, von Rang 50 bis Rang, ja, eigentlich fast 21, 22, 23. Der Pulg ist richtig hart und kämpft, weil der 31. Platz hat ja auch Weltcup-Punkte. Aber dann halt diesen einen zu wenig, um den 30. abzulösen. Okay. Da geht es halt dann wirklich, es geht eng her. Ja, ich habe es mir jetzt nicht genau angeschaut, aber der 28. hat dann vielleicht 71, der 29. hat 70 und der 30. hat dann irgendwie 68 oder 67 Punkte. Und der 31. hat dann aber 66. Okay. Also es ist super, super eng und so ist es aber auch nach vorne. Also ich habe jetzt zum 24. Platz fehlen mir, glaube ich, 4 oder 5 Punkte. Nach hinten aber nur einer. Ah, okay. Also es ist eng und deswegen ist es ganz wichtig, ständig gut zu sein und dann halt auch das Risiko immer zu nehmen, dann halt mal Top 15 zu fahren, Top 10 zu fahren, um wirklich die Big Points so zu machen. Und das ist auch ganz interessant, weil in den Top 10 oder Top 15 an sich verändert sich relativ wenig. Wenn du gut startest, vorne weg, dann spürst du dich halt zwischen 6. oder 7. oder 8. Platz so hin und her oder zwischen 9. und 10. Aber das verändert nicht viel. Okay. Warum? Ja, das ist dann wieder, obblickt dem System, Nummer 1 bis 7 wird ausgelost von den Startnummernängen her. Von der Startrennfolge. Und Nummer 8 bis 15 wird ausgelost. Und erst ab dem 16. Platz geht es dann strikt nach den Welker Punkten. Deswegen gefühlt verändert sich vorne nicht so viel. Je früher du fährst, desto besser ist quasi die Piste und alles und hast mehr Möglichkeiten, also die besten Konditionen einfach auch. Genau. Das ist halt der, ja viele sprechen vom Nachteil, aber es ist halt einfach Teil des Sportes, dass eben die Pistenbedingungen sich umso mehr Leute natürlich über eine Stelle fahren, einfach verschlechtern. Ja. Das ist halt einfach so. Und manchmal ist es, oder scheint es unfair zu sein, aber es ist ein Freiluftsport und das passiert von Tag 1, wo du Rennen fährst. Ja. Passiert das, es passiert in jedem Training. Ja. Und ja, mit der Situation musst du dich abfinden, weil sonst kannst du in dem Sport auch nichts reißen, so unterm Strich. Das heißt, wenn du an den Start gehst, ist dann eher so ein Mindset so, ich schaue jetzt, dass ich einfach eine sehr gute, solide Leistung abliefer, weil du gerade gesagt hast, wenn ich jetzt all in gehe und schaue, dass ich da unter die Top 10 fahre, ist das Risiko zu hoch, eigentlich wiederum Punkte zu verlieren, um dann quasi rauszurutschen aus den Top 30. Ja, das ist, sage ich mal, auch ein Prozess, den ich selber lernen musste. Okay. Ich war zwei, drei Saisonen genau an dem Kipppunkt zwischen Rang 31, 30, 29, war mal für ein Rennen in den Top 30, für ein Rennen draußen und dann habe ich so für mich gemerkt, okay, wenn ich immer versuche, dieses Risiko zu gehen, direkt den Sprung über Top 25, Top 20 reinzumachen, versaue ich mir eigentlich mehr, wenn ich immer so zwei, drei Rennen habe, wo ich dann gar nicht punkte. Lieber schaue ich, dass es konstanter ist und mich in der Konstanz dann versucht zu steigern und im richtigen Moment zuzuschlagen und den Trend bin ich jetzt über die letzten drei Jahre eigentlich gefahren und bin stetig besser geworden und dann von Rang 28 auf 25 jetzt und jetzt hoffentlich nächstes Jahr dann geht nochmal ein bisschen mehr, dass ich dann wirklich in die Top 20 und das große Ziel ist, auf jeden Fall Top 15 zu schaffen. Es kann immer schnell gehen, dass es dann ganz weit vorgeht, aber so für mich vom logischen Schritt her ist auf jeden Fall, ich muss mehr Risiko noch gehen, um wirklich dann mitreden zu können. Und ich weiß von den anderen Jungs, die gehen halt dieses Risiko, können auch ein bisschen mehr damit umgehen, weil sie es schon länger machen, aber auch ein bisschen so, vielleicht teilweise den Luxus haben, sie haben nicht viel zu verlieren. Um die Nummer, wo ich mich gerade bewege oder die letzten zwei Jahre, drei Jahre bewegt habe, hast du auch viel zu verlieren, wenn du nicht punktest. Da spielst du dich einfach durch, da ist das System gnadenlos. Du musst Leistung bringen, damit du darin bestehst in diesem ganzen Skizirkus. Boah, krass. Also es ist schon immer ein Abwägen und es ist halt dann auch immer einfach. Du bist taktisch. Ja, Taktik. Ich weiß nicht, wie viel Taktik es ist, sondern es ist so, ich versuche mein bestmögliches Skifahren zu zeigen und dann geht es halt darum, für den Tag X, wie sind die Bedingungen, wie ist der Kurs gesetzt, wie liegt mir die Piste? Traue ich mir das zu, das Risiko einzugehen, um dann mehr zu reisen? Es ist immer von außen leichter gesagt, ja, der muss mehr Risiko nehmen. Ja, aber niemand, kein TV-Experte oder Journalist beschreibt die Situation, was denn passiert. Der hat zwar eine gute Ausgangssituation nach dem ersten Durchgang, also muss er es reißen, aber er beschreibt nie die Situation, was passiert, wenn er heute keine Weckerpunkte macht. Und das ist immer ein bisschen, ja, schwierig für die Fans dann auch. Warum passiert jetzt da nicht mehr? Wieso traut er sich nicht mehr zu? Es ist halt dann schon, ja, man hat halt auch immer was zu verlieren. Da braucht man halt als Athlet, die Coolness, die Erfahrung, da dann halt die Schippe draufzulegen als andere Athleten und dann mehr zu reißen. Das bin ich jetzt dran, habe ich letztes Jahr schon gezeigt, dass ich es machen kann und möchte es kommende Saison natürlich auch zeigen. Geil. Wie viele Rennen gibt es in dem Weltcup denn? Also und wie viel musst du da fahren? Also müssen eigentlich jeden. Müssen musst du jeden, um wirklich mitreden zu können. Also in der kommenden Saison, glaube ich, jetzt muss ich auch lügen, ich weiß nicht, ob es elf oder zwölf sind. Es ist ein WM-Slalom auf jeden Fall noch zusätzlich mit dabei. Aber es verändert sich von Weltcup-Kalender zu Weltcup-Kalender pro Disziplin eigentlich zwischen neun, zehn, elf Rennen. Und jedes Jahr kommt ein Weltcup-Kalender dazu oder nicht. Aber in meiner Disziplin jetzt zum Beispiel letztes Jahr waren es elf Weltcup-Rennen oder zwölf. Zwei wurden abgesagt, zehn bin ich gefahren, neun oder acht habe ich gepunktet. Zusätzlich bin ich da noch zwei Europacup-Rennen gefahren als Trainingsvorbereitung, als Rennvorbereitung und ein FIS-Rennen ganz am Anfang von der Saison. Ich bin nicht viele Rennen gefahren. Als Spezialist fährst du nicht mehr viele Rennen dann am Ende. Und die wichtigen? Die wichtigen ist Weltcup und eine Vorbereitung halt zum Weltcup hin. Aber in dem Sinne bringt mir ein Europacup auch gar nichts mehr von der Wertigkeit her. Sondern es ist nur für meine eigene Bestätigung, dass ich da mithalten kann oder eben das Treppchen attackieren kann. Beziehungsweise es wird dann auch von mir erwartet, wenn ich da starte, dass ich da um die Top 3 mitkämpfe. Das ist auch mein Anspruch, ganz klar. Wann ist man eigentlich auf dem Peak, auch altersmäßig in dem Sport? Weil du hast jetzt sehr viel eben mit Erfahrung gesprochen und dass es auch eine gewisse Zeit braucht, um sich da einzufinden und Co. Das heißt, Erfahrung spielt auch eine große Rolle, aber gleichzeitig natürlich Kraft, Konditionen, die Fitness und so weiter. Also gibt es da so ein Alter, wo man sagt, den Sport kann man so und so lange machen? Oder das ist das Alter, wo du maximal abliefern kannst? Gibt es da irgendwie so eine Norm oder so? Ich könnte es jetzt nur so aus den Skifahrern, die ich von der Vergangenheit kenne, die aktuell mit dabei sind, so ein bisschen eingrenzen. Es gibt Sportler, die sind super früh, super erfolgreich. Henrik Christoffersen zum Beispiel, der war mit Anfang 20 brutal schon gegen Herrn Hirscher, der da schon Ende 20 war. Dann der Lukas Braten, der jetzt kommende Saison für Brasilien startet, war auch extrem gut. Das ist ein 2000er oder 2001er Jahrgang, der hat die Slalomkugel schon geholt. Also es ist richtig krass. Es gibt aber zum Beispiel auch so jemanden wie meinen Teamkollegen Strasser Linus, der die letzten drei Jahre super erfolgreich war. Und er ist jetzt, ich weiß nicht, ist er schon 32 geworden? Er ist auf jeden Fall ein Jahr älter als ich. Der letztes Jahr die beste Saison seiner Karriere hatte mit Kitzbüßig, Schladmingsieg, richtig krass abgeliefert. Und er ist 32. Der älteste im Slalom-Sport, den ich gekannt habe, war Julien Lizaru. Der ist mit 40 noch Weltcup-Rennen gefahren. Ist aber sehr außergewöhnlich. Die meisten beenden ihre Karriere altersbedingt, würde ich mal sagen. Im Slalom 36, 37, maximal 38 sind die Ältesten. Die meisten tatsächlich mit Mitte 30. Und im Speed-Bereich, wo dann sagt man grundsätzlich, und das ist auch definitiv der Fall, so die Erfahrung noch mehr Rolle spielt, weil die Strecken so viel anspruchsvoller, länger sind. Die fahren länger. Also grundsätzlich, wenn es dich natürlich nicht zerlegt und du dich nicht getuscht, geht es generell relativ lang, der Sport. Ich meine, wenn man Fußball anschaut, die sortieren ja deutlich früher aus. Aber ich glaube auch, die Leichtathleten und Turner hören so Mitte 30, glaube ich. Anfang Mitte 30 ist so sehr sportlich. Das ist schon, also der letzte Turner, der da war, der hat gesagt, die Alten, so mehr oder weniger in seiner Trainingsgruppe, Schweizer Nationalturner, und er hat gefragt, wie alt sind die Alten? Da sagt er so 8, 29. Ah, okay, krass. Also bis im Frühjahr? Und er war 21, so, ja. Okay, ja, auch faszinierend. Ja, da spielen natürlich andere Faktoren rein. Aber Skifahren geht schon ziemlich lang. Und ich würde so sagen, die meisten haben ihren Peak so wirklich, gibt es sicher Studien dazu, müsst ihr mal nachschauen. Aber ich sage mal zwischen 26 und 32, 33, 34 maximal. So von denen, die ich kenne, waren in der Zeit immer sehr am Erfolgreichsten, würde ich so sagen. Klar, Ausnahmen gibt es immer. Ja, du hast immer Ausreißer, aber so der Durchschnitt, ja. Ja, so würde ich es jetzt mal einschätzen. Okay. Was ist deine Lieblingsstrecke, Lieblingsberg? Ja, Wengen. Wengen? Wengen, Wengenslalom finde ich nicht nur, weil ich da schon gute Erfahrungen gemacht habe mit guten Ergebnissen, sondern ich finde den Hang einfach richtig, richtig geil. So alles dabei, Wellen, super Steilhang. Und was richtig cool ist, ist, so Mitte vom Hang ist so ein kleiner Stadel. Und ich weiß gar nicht, wie es entschieden wird, ob das jährlich abhängt. Aber der erste Durchgang geht links von der Hütte meistens dabei und der zweite Durchgang geht rechts von der Hütte dabei. Also du hast dann nicht nur so, dass der Hang sich verändert vom ersten oder zweiten Durchgang und die Kurssetzung, sondern der Hang ist halt auch ein komplett anderer. Also das finde ich irgendwie witzig. Hat mir schon immer taugt. Gehe da gerne hin. Die Anreise ist ein bisschen speziell, zwar anstrengend, weil du musst mit dem Zug da hochfahren. Und das mit dem Gepäck ist nicht so leicht. Die Abreise ist ziemlich chaotisch. Aber die Fans, die Schweizer Fans sind brutal. Auch in Adel wurden eine kranke Stimmung, Wengen, richtig cool und den Hang mag ich besonders gern. Macht das viel mit dir, wenn die Stimmung gut ist oder weniger gut? Oder bist du so in deinem Tunnel, dass du das eigentlich gar nicht mitkriegst, außer wenn du unten dann ins Ziel fährst? Nee, es ist schon extrem schön, wenn die Stimmung cool ist. Wir hatten ja auch das Corona-Jahr, wo es einfach extrem traurig war, dass du da in einen leeren Zielbereich kommst. Und da ist halt trotzdem alles aufgebaut und nichts passiert. Es ist sehr viel cooler mit Jubel, Geschrei, ein bisschen Action drumherum. Aber wenn ich zum Start hochfahre, kann ich das alles ausblenden oder konnte ich das auch schon immer ausblenden. Und das muss man auch sagen, im Skisport ist die Faszination schon noch so groß, dass du da auch hingeführt wirst zu Zuschauermengen. So im FIS-Bereich sitzt vielleicht mal Family und ein paar Pistenbesuche oder Touristen, die da zuschauen. Im Europa Cup sind es dann schon ein paar Mal so Events, wo dann Sponsoren mit eingeladen werden. Skiclub-Kinder, die das sich anschauen dürfen. Und auch teilweise Kartenverkauf. Und dann hast du mal so 20, 30, 40 Zuschauer oder mal 100, kommt auch vor. Und im Weltcup ist aber auch, jetzt zum Beispiel, Weltcup-Auftakt ist wieder in Finnland, in Lewy. Der Ort ist halt einfach schwierig zu erreichen. Und da sind halt nicht ganz so viele, da sind halt 1.000, 2.000. Und bis hin halt dann zu Kitzbühel, wo es noch komplett begehbar war, der ganze Hang, waren glaube ich 50.000, 60.000 Leute. Das ist halt dann wirklich krass und krank. Aber du nimmst es dann beim Fahren gar nicht so wahr, weil die Geräusche vom Fahrtwind, beim Slalom das Stangenkippen, das so viele Wiederholungen und so viele Fahrten schon gemacht, dass du dich auf die Linie und auf die Spur konzentrierst und das seitlich gar nicht mitbekommst. Okay, geil. Wie viel Rolle oder was für eine Rolle spielt so Visualisierung am Start oder in der Vorbereitung auf ein Rennen eine Rolle? Große Rolle. Also das ist auch was, was ich über meine Karriere hinweg beobachtet habe, dass das auch vom Verband immer mehr integriert worden ist, so Mentaltraining und Visualisierung oder ja auch mit Koordination so Sachen zu machen. Und das hat sich über die Jahre jetzt, gerade über die letzten, sagen wir mal fünf Jahre, brutal eingeschlichen. Gab es davor natürlich auch. Jeder, wie er mag, das gemacht hat. Aber es gibt jetzt auch mittlerweile einfach Leute, die zur Verfügung gestellt werden, dass man da hingegen besser wird, wenn man einfach auch gemerkt hat, dass es einen großen Anteil spielt an der ganzen Sache. Und ich selber habe so meine Startvorbereitung und da ist so Visualisierung ein großer Teil. Ich meine, das ist der Klassiker, den man draußen sieht. Genau, weil das Fahrrad den Lauf durchgeht. Das sind so die Bilder, die man ja aus dem Fernseher erkennt. Und das machst du am Renntag wirklich. 50, 60, 70 Mal gehst du den Lauf durch. Du weißt den komplett, schaust anderen zu beim Fahren dann. Weißt die Übergänge, die Schlüsselstellen. Siehst dann auch im Fernseher, wie sich die Piste entwickelt. Kannst du dir das merken, wo vielleicht der Schlag größer ist, wo du besonders gut oder besonders sauber stehen solltest. Und das gehst du immer im Kopf immer wieder durch. Also das ist ein großer Aspekt an einem Renntag. Okay. Und generell so mentale Vorbereitung, mentales Training, ist das auch im Trainingsalltag integriert bei dir? Oder wie ist das? Viele haben einen Mentaltrainer, mit dem sie aktiv proaktiv arbeiten. Ich hatte eine Zeit lang auch einen. Der wurde vom Verband auch damals zur Verfügung gestellt. Immer wieder gibt es so Meetings, wo dann als Gruppe teilgenommen wird. Ich selber fahre jetzt seit vier Jahren ohne eigenen Mentaltrainer. Habe aber so für mich festgestellt, dass ich das auch nicht, ja, vielleicht nicht ganz so brauche, weil ich mich gut fokussieren kann. Weiß, wann man das ernst wird und ich so ein bisschen weiß, was ich zu tun habe. Aber das war ein Prozess und das wäre sicherlich auch ohne der Mentaltraininghilfe in jüngeren Jahren. Und das hat wirklich mit 14, 15 angefangen, dass da der erste Mentalcoach mit auf dem Lehrgang dabei war, wo man das natürlich als pubertärer Knilch erstmal belächelt, weil es halt neu und anders und komisch ist, noch nicht ganz versteht. Und ich glaube, mittlerweile sind die Athleten aber reifer, das zu verstehen und das auch zu nutzen. Und deshalb sind die, muss man auch sagen, früher besser und professioneller als ich damals, ja, auch unterm Strich leider war. Aber mittlerweile komme ich ohne aus, habe aber so auch mit meinem Vater, mit dem ich sehr, sehr viel intensiv über Skifahren dann auch rede, auch wenn es mal brennt oder eben auch, wenn es gut läuft. Und das ist ja auch im Endeffekt eine Art Mentaltraining. Voll. Du kommst ja eigentlich aus einer Skifahrerfamilie, wo wirklich jeder Ski fährt. Ist das eine große Stütze oder auch manchmal ein Druck? So, weil viel von dir halt auch erwartet wird eventuell oder wie ist das bei euch? Ein Druck, Druck gar nicht, aber eine coole Stütze. Manchmal vielleicht sogar ein bisschen nervig, wenn du dann so in der Familiengruppe mal auseinandergenommen wirst. Mehr aber spaßeshalber, weil halt jeder, ich meine, meine Schwester, staatlich geprüfte Skilehrerin, mein Bruder, mein Vater, der hat unter anderem auch am Skilehrplan mitgearbeitet. Also der hat wirklich sehr viel Know-how, hat auch natürlich sehr viel mitbekommen von der Skientwicklung an sich. Und denen vertraue ich aber auch dann auf Tipps und sonst irgendwas, dass die jetzt dann aber nicht ganz so viel Know-how haben in die Rennsparte. Das wissen die aber auch, aber vielleicht bringt der Input ja auch immer was und Druck ist es überhaupt keiner, weil es wird auch total akzeptiert, wenn ich nicht über Skifahren reden will, dann wird nicht über Skifahren geredet. Und ist auch gar nicht Hauptbestandteil von unserer Kommunikation oder Familienkommunikation, sondern wir sind eine sehr sportliche Familie und wir machen so viele Sportarten. Und ja, jeder weiß so Bescheid, dass im Winter halt viel über Skifahren geredet wird und wenn ich dann daheim bin, dass man das halt einfach dann nicht unbedingt braucht. Aber wenn ich dann Hilfe brauche, merken die das schon oder ich gebe halt auch Bescheid. Von dem her, ja, nur Stütze, nie Druck. Und so war aber auch, glaube ich, die Erziehung meiner Eltern, dass das nie unter Druck passiert, also nie muss, sondern nur so lange es Spaß macht. Und mir macht es immer noch Spaß und bin ja auch dankbar, dass das so geloffen ist. Schön. Wie ist das für dich auch, weil du ja im Endeffekt dein Hobby zum Beruf gemacht hast, wie hat sich vielleicht oder hat sich die Leidenschaft zu dem Sport verändert, weil es jetzt dein Job ist? Oder wie ist so dein, ja, ich vergleiche es gerne, als ich mit Calisthenics angefangen habe, war ich jede freie Sekunde, habe ich mich damit beschäftigt und so weiter und so fort. Und jetzt ist mein Job, jetzt beschäftige ich mich auch jede freie Sekunde. Aber wenn ich quasi von der Arbeit Pause habe, dann beschäftige ich mich sehr gerne mit anderen Sachen, weil ich abschalten muss. Und ich würde sagen, wenn ich selber trainiere, dann nicht mehr mit dem gleichen Feuer wie damals, als ich durch ganz Deutschland gereist bin und irgendwelche Stangen gesucht habe, so mehr oder weniger. Und das würde mich bei dir mal interessieren, ob du, ja, ob das ein Job ist für dich so mental oder ob es halt wirklich Feuer ist? Also Leidenschaft ist eher größer geworden, aber auch, weil ich so, auch über meinen Opa oder beide Opas, die auch sehr sportbegeistert sind und auch ski-alpine begeistert sind, so immer mehr den Aspekt mitbekommen habe, was halt auch Skifahren so als Freizeitsport bedeutet. Und ich das auch sehr wertschätze, wenn ich mit meiner Familie oder Freunden Skifahren gehen kann. Und dann kann ich das auch nach wie vor genießen, weil die Frage wird auch oft gestellt, gehe ich überhaupt noch Skifahren, neben dem Leistungssport Skifahren? Und die Antwort ist ja, weil es mir tatsächlich noch mal mehr gibt. So das Ski-Alpin und die Rennen fahren ist ein Resultat, das irgendwie aus Spaß und Leidenschaft entstanden ist. Und das mache ich total gern und es gibt aber sicher auch die Tage, so wie du es jetzt beschrieben hast, das sind reine Arbeitstage. Das ist dann Pflicht, das Training muss ich machen, aber es gibt dann auch wieder die Tage, wo es mich total catcht und ich das Feuer habe und dann so, hey, ich muss es machen, weil ich dann halt einfach besser werde und das macht Bock und das ist geil. Und das ist immer so ein Hin und Her und ich habe dann aber auch so für mich gelernt, ja, es pisst, es regnet, das wird jetzt ein harter Tag, es macht jetzt halt einfach keinen Spaß, das ist jetzt ein Arbeitstag. Und so kategorisiere ich das so ein bisschen im Kopf von mich aus, wieder die mentale Komponente, es ist ein Arbeitstag, es ist ein Muss und dann ist am nächsten Tag superschön und es ist geil und dann fließt wieder beides zusammen, die Leidenschaft und der Drive, besser zu werden und so mache ich das. Aber ich habe schon auch die gewisse Distanz zum Leistungssport, zum Training. Ich mache im Sommer sehr, sehr gern auch einfach mal ein Training oder eine Sportart nur für mich und irgendwann bist du auf so einem guten körperlichen, sportlichen Niveau, da leidet dann das Resultat nicht mehr ganz so darunter, wenn du dich jetzt nicht zu 100% an den Trainingsplan hältst, die Schnellkraftausdauer nicht, oder die Schnellkraft, Schnellkraftausdauer. Das ist Schnellkraft, nicht auf dem Sportplatz zu machen, sondern gehst halt Tennis spielen. Die Freiheit nehme ich mir dann schon raus, weil das für mich dann auch viel mehr Lebensqualität ist und ich für mich herausgefunden habe, das bringt mich dann auch weiter, weil wenn ich auf Krampf dieses Sportplatztraining da durchdrücke, macht mich das nicht zu einem besseren Athleten, sondern ich bin schlecht drauf, ich bin müde, bin gereizt, gehe mit meinen Mitmenschen vielleicht auch schlecht um und wenn ich da einfach eineinhalb Stunden Tennis spiele, dann geht es mir gut. Und dann ist es aber auch wieder so, okay, das habe ich jetzt die Woche vielleicht einmal, vielleicht sogar zweimal gemacht, jetzt muss ich schon wieder konsequenter mit meinen Trainingszeiten werden, mit meinen Abläufen und das dann wieder runterkillen. Aber unter dem Strich, glaube ich, gehört das auch dazu und ich bin ja auch ständiger Kommunikation mit einem Conny-Trainer und einem Athletiktrainer, die das dann auch einfach sagen, ja, mach das, ist völlig okay. Okay, so der Effekt von der Schnellkraft jetzt in dem Beispiel ist gegeben, reicht Ihnen erst einmal. Okay, cool. Und wenn du auf dem Berg stehst und das eigentlich ja auch dein Arbeitsplatz ist, ist das, also schätzt du das auch noch so oder so quasi, dass es was Besonderes ist? Total. Auch die Aussicht und so weiter und so fort, dass du halt an wunderschönen Orten ja auch deinen Job eigentlich machen kannst, weil, oder wird man da satt? Nee, man stumpft nie ab. Okay. Also wirklich nie. Ich habe es jetzt auch in Argentinien, jetzt wo wir wieder über See geflogen sind, gemerkt, ist klar, es gibt dann nicht ganz so schöne Tage und so weiter, aber du erlebst ja auch wirklich was. Und was immer schade ist im Nachhinein, da werde ich dann ein bisschen wehmütig, ist so, du hast oft die Zeit nicht, so ein Skigebiet anzuschauen. Jetzt krasseste Beispiel ist für mich Kitzbühel. Ich kenne in Kitzbühel den Vierersessel vom Rennhang, ja. Und da schaut mich dann immer jeder fragend an, wie jetzt? Ich kenne das Skigebiet nicht. Ich kenne es einfach nicht. Weil der Zeitraum vom Wettkampfkalender das gar nicht zulässt, dass ich da das Skigebiet erkund, weil ich habe halt Training, das findet meistens woanders statt, ganz anderer Hang, ganz anderes Skigebiet, in Hinterreize sind wir da immer. Und dann komme ich zum Rennen und am nächsten Tag muss ich weiter, weil dann ist zwei Tage später das Rennen in Schlappmengen. Ich habe da keine Zeit, das anzuschauen und so ist halt oft, du hast Training oder Rennen in einem Skigebiet an einem Hang und da spielt sich das dann auch ab. Du fährst maximal mal ein, zwei Lüfte mehr, um dort hinzukommen, aber du siehst es dann nie. Ich versuche so auf meinen Social Media die Leute auch immer ein bisschen mitzunehmen, wie besonders das ist, weil du oft vor Liftbetrieb fährst, außerhalb des Liftbetriebes fährst, auf abgesperrten Strecken fährst, wo die Leute halt daneben nicht hin können. Und ja, von Sonnenaufgängen, die ganz brutal sind am Berg oben, ganz oben am Gipfel, das heißt jetzt zum Beispiel Sassfee in einem Gletscherskigebiet, das ist Wahnsinn, die Weitsicht. Das dürfen halt viele nicht sehen, weil auch oft das Skigebiet halt dann erst um acht öffnet und nicht um sechs. Und wenn du nicht selber hochläufst, dann siehst du das nicht. Und das holt mich immer wieder ab. Also das ist, egal ob es daheim ist, ob es zum 20, 30. Mal irgendwie in Schladmingen ist oder wie auch immer, es ist einfach genial. Und das ist, umso älter man wird, umso mehr lernt man das schätzen. Und es gibt sicherlich so ein Alter, da spulst du es einfach so ab, aber ich genieße das schon. Und das versuche ich auch so ein bisschen rüberzubringen, dass das wirklich ein außergewöhnliches Leben ist, was man da führen darf. Mega gut auch, dass man das nach wie vor dann so wahrnimmt und schätzt, weil das wird auch viel dazu beitragen, dass du dann auch dich gut fühlst und dann halt auch die Leistung abliefern kannst. Aber um die Leistung abliefern zu können, muss man ja auch trainieren. Deswegen würde mich da mal interessieren. Du bist ja jetzt, gehst eigentlich, also deine Off-Season ist ja jetzt dann langsam vorbei. Du hast jetzt die ersten Skitage hinter dir in Argentinien. Aber wie sieht so eine Vorbereitung aus, wenn du nicht auf dem Ski stehst? Also wie ist der Kraft-Trainings-Aspekt? Welche Einheiten, wie oft trainierst du da? Nimm uns da mal mit, wie das so aussieht. Du hast gesagt, du hast zwei verschiedene Coaches, oder? Ja. Einmal für Kondition oder Ausdauer generell und einmal Athletiktrainer, also vor allem dann Krafttraining. Okay. Genau. Wir stehen im Kontakt, im ständigen Kontakt und dann beide wieder mit mir. Manchmal sogar direkter Kontakt zu dritt einfach so, um die Wochenplanung abzuschließen. Das Coole ist an dem Job, ja, man braucht wirklich nur ein Gym, irgendwie dann auch ein Fahrrad, klar, Laufschuhe. Das sind alles so Aspekte, die da zuzählen. Und ich beschreibe es oft so, als Skifahrer kann man eigentlich vieles gut, aber nichts richtig krass. Also man muss schon brutal alternativ aufgestellt sein in Koordination, Kraft, Schnellkraft und dann auch Ausdauer. Und wenn man jetzt da so die Trainingsplanung anschaut, dann ist eine Saison eigentlich mit den Rennen im März vorbei. Man versucht relativ lang noch Ski zu fahren, solange die Schneebedingungen das noch hergeben, um einfach Meter zu machen, um eventuell schon neue Ski zum Testen, neue Modelle zu testen. Einfach noch an Problemen zu arbeiten, einfach weil man so lange noch Ski fahren kann, bis teilweise Mitte, Ende April geht das ja bei uns in den Alpen. Egal jetzt ob Österreich, Schweiz oder teilweise auch Deutschland. Und dann hat man so richtig Off-Season, die meisten gehen in Urlaub. Ich mache dann erstmal auch wirklich nur das, was ich Bock habe. Bei mir ist das Mountainbike, Tennis, Rennradeln gehe ich auch gerne oder halt im Berg. Ich nehme aber auch sehr, sehr gerne noch die eine oder andere Skitour mit, so Spring, Snow. Oder habe dann wirklich diese genialen Skitage mit Freunden oder Familien. Das ist einfach im April einfach geil. Oberstdorf, ich meine, Nebelhorn, du kennst das ja auch. Das war ich erst letzte Woche tatsächlich oben. Ja, nice. Ah, cool. Wo es so geschneit hat dann auch. Ja, das geht bis 1. Mai und da sind wir halt, da picke ich mir die guten Tage raus. Da bin ich dann auch ganz klassischer, schön Wetter-Skifahrer. Dann gehe ich halt da Skifahren, so für mich und mit anderen. Da mache ich erstmal nichts. Und dann, ich weiß gar nicht mehr, wir haben glaube ich Mitte Mai, habe ich gestartet, mit meiner Wintervorbereitung so explizit. Und ist dann auch ganz klassisch, so wie man das aus dem Leistungssport kennt, in Blöcke unterteilt. Ein bisschen Kraftaufbau, dann ein bisschen mehr in die Materie rein. Bei mir als Slalomfahrer dann auch Fokus Schnellkraft. Aber ich versuche dann auch, gerade am Anfang so ein bisschen an Defiziten zu arbeiten. Und Defizit ist bei mir grundsätzlich die Ausdauer. Ich bin ein Schnellkraftathlet, auch hat mir natürlich auch geholfen, in die Technik-Sparte da erfolgreicher zu sein. Also Ausdauer ist bei mir über die letzten 10, 12, 15 Jahre ein Thema gewesen, dass die einfach verbessert gehört und ich da aber auch schwer trainierbar bin. Und mittlerweile trainieren wir mit Wartwerten und dann halt viel nach Puls. Mein Ausdauertraining ist aufteilt in Rennrad, Mountainbike, Laufen und Berggehen. Immer je nachdem, in welcher Periode uns wir befinden. Am Anfang eben ausdauerlastiger mit dem Kraftaspekt. Bei mir war das jetzt dem Sommer so, dass ich Dienstagvormittags und Freitagvormittags Kraftbeine trainiert habe. Kraftbeine dann wirklich. Genau, wie läuft das ab? Wenn wir da jetzt wirklich reingehen, Warm-up, ein bisschen Mobi, Rumpf aufwärmen. Dann gehe ich das erste Mal so nach 45 Minuten unter die Handelstange. Extrem viel, weil das mir auch taugt, trainiere ich mit der Freihantel. Squats, Reißkniebeugen. Backsquats oder macht ihr da? Ich mache ausschließlich Backsquats, weil ich brutal unbeweglich in den Armen bin für die Frontsquats. Und das dann halt einfach bei hoher Last auf dem Rücken geht. Als Warm-up mache ich aber schon Frontsquats. Und Umsetzen gehört auch dazu, Schnellkraft, technisch. Wobei ich mir da auch, weil ich einfach so, ich habe sehr lange Arme und dann tue ich mir immer auflüften. Da gehe ich nicht so schwer. Da mache ich dann lieber mit viel Gewicht die schnellen Kniebeugen, also langsam runter, schnell hoch. Was dann auch wieder IK-Training ist. Aber in der Vorbereitung erstmal eben dieses Kraftaufbau oder Kraftgewöhnung, Kraftaufbau. Und dann aber auch Einbeineck, also Bulgarians zum Beispiel mit Kurzhantel oder Langhantel. Was dann dazu kommt, Kastensprünge mit Gewicht, ohne Gewicht. Und so wird das Ganze kombiniert und aufbaut. Und immer halt in der sinnvollen Kombination zwischen den zwei Trainern, Athletiktrainer und Conditrainer. Von den Wochentagen her, von der Aufteilung. Also Montagvormittag zum Beispiel Rumpf-Oberkörper in Kombination. Nachmittags, nach vier, fünf Stunden Pause, dann noch eine Ausdauereinheit. Aber nicht so hochintensiv, dass ich am nächsten Tag halt das Kraft-Beine-Training abreißen kann. Das ist dann eher eine entspannte Radlrunde zum Beispiel. Genau, einfach so Grundlage. Das ist das Zonentraining, das kennen die meisten wahrscheinlich dann so entspannt halt einfach. In meinen Werten entweder nach Puls, wenn es jetzt Joggen ist, oder auf dem Rennrad habe ich mir ein Wattpedal gekauft, dass ich nach Watt radeln kann. Dann kommt am Dienstagvormittag das Kraft-Beine-Training, das geht zwei, zweieinhalb Stunden. Wobei ich da dieses Jahr drauf geschaut habe, dass ich immer drei Grundübungen habe, die ich wirklich durchziehe. Das war bei mir normale Squats, dann die Bulgarians für Einbeine-Age, damit da die Gleichheit auch wirklich da ist. Und so für meine Rückenstabilität und ein bisschen Beuger dabei zu haben, auch Hip-Trusts. Das ist dann in Variation. Und da dazu dann immer noch ein bisschen Defizit-Training für zum Beispiel Innen- und Außenseite-Oberschenkel. Also Antagonist und, wie sagt man, Aga, nee, jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch mit den Fachbegriffen. Adduktoren und Abduktoren. Adduktion und Abduktion. Also ich war gerade, Abduktion und Adduktion. Ach so, jetzt bin ich gerade auf dem Schlauch stecken. Das zum Beispiel. Oder speziell, weil ich mir mein linkes Knie mal komplett zerfest habe, einfach für das Problem war es. Das geht dann eine ganze Zeit bis dann... Bevor wir gleich weitergehen. Ja. Wie groß oder in welcher Range of Motion arbeitest du bei den Squats und bei den Split-Squats? Also, ja, wie tief gehst du da ab? Also ich gehe auf jeden Fall unter 90 Grad. Ah, okay. Weil mein Knieproblem ist ein Knorpelproblem. Das hat die größte Zerstörung in dem Knorpel war bei 90 Grad. Dann versuche ich immer drunter zu gehen und drüber raus. Und ich bin, ich liebe Squats und ich versuche wirklich tief zu gehen, auch mit hohem Gewicht tief zu gehen und auf jeden Fall über die 90 Grad. Also Range of Motion schon fast, also für meine Mobilität Maximum eigentlich. Also es ist nicht so, dass ich mit dem Arsch auf die Ferse runterkomme, das schaffe ich einfach nicht. Muss auch nicht, ja, aber... Aber schon sehr tief. Okay. Genau, genauso bei den Einbeinigen auch. Und das ist ja auch wichtig, weil du, ja, du kommst einfach in Positionen beim Skifahren ungewollt. Und dass du da auf bist. Wo du das abfedern oder abrufen musst einfach. Abrufen musst, ja. Dann zum Beispiel Mittwoch war jetzt bei mir immer Schnellkrafttraining. Und dann am Nachmittag auch Ruhe. Also nur regenerativ war es. Spaziergang, so wirklich Eisdielen, Ride maximal. Weil dann die Trainingsbelastungen mit fünf Einheiten bis zum Mittwoch schon ziemlich hoch sind. Und dann am Donnerstag steigst du wieder ein. Ganz kurz, aber da wieder, ich krätsche immer einfach dazwischen, weil ich nochmal eine Zwischenfrage habe. Bei den Schnellkrafteinheiten am Mittwoch, wie sieht das aus? Also was machst du da? Größtenteils entweder in der Halle mit Kasten, Hürden, Andritten, Seilzügen. Auch mit einem Warm-up und ein bisschen so Rumpfstabi noch und Mobilität immer. Also das ist immer so das Grundsetup. Die erste halbe, dreiviertel Stunde oder Spielsportart zum Warm-up oder sowas. Und dann gehen wir wirklich rein mit viel Pausen in Sprints, Hürdensprünge, Seitwärtssprünge, einbeinige Sprünge, über Sachen drüber oder so Negativsprünge von Sachen runter. Und da ist immer ein Trainer dabei, der das auch immer ein bisschen variiert. Und so Koordinationssachen auch und Koordination und Schnelligkeit auch. Und dann viel immer, das ist ja natürlich trainingswissenschaftlich nicht bewiesen, ob das was bringt, aber immer so ein bisschen Ski-spezifisch von den Positionen her. Also immer ein bisschen mit Oberkörperknick und Ausgleich. Weil das halt beim Skifahren auch passiert, dass man da einfach der Körper dran gewöhnt wird, so gut wie möglich. Und ja, Schnellkrafteinheit, eineinhalb Stunden, knapp zwei Stunden am Sportplatz. Hast du dann, also da sind ja dabei, oder der Coach ist da dabei, aber es ist auch generell so, dass du am Montag einen Trainingsplan drin oder bekommst, wo dann drinsteht, okay, da Squats mit dem Gewicht auf die API und so weiter und so fort? Grundsätzlich ja, aber es wird dann einfach nochmal am Vorabend kurz durchgesprochen und teilweise, also wir können das über so eine App abrufen, wo die Übungen drin sind oder die Anzahl der Übungen. Aber ich entscheide dann nochmal, weil beim Krafttraining auch ein Trainer dabei ist, wirklich, wie geht es meinem Körper, wie geht es meinen Knien, wie fühlt sich der Rücken an, wie hoch wird die Last heute und dann natürlich, wenn es irgendwo irgendwas zwickt, nicht die Übung zu skippen, selten, aber eine Variable, andere Übung zu finden und entweder du weißt einfach, hey, oder du sagst dir, ich habe jetzt echt Bock auf 45 Grad Beinpresse, lass die Einbeinig heute machen und wir machen nicht die Bulgarian Split Squats, sondern wir machen die Einbeinigen heute in der 45 Grad Beinpresse. Das ist gar kein Problem. Auch, was ich oft gemacht habe, ist die Wocheneinteilung an sich. Also wir haben eigentlich grundsätzlich, die Woche steht mit Montag Rumpf, Dienstag Kraft Beine, Mittwoch Schnellkraft, Donnerstag Rumpf, Freitag Kraft Beine. Die steht immer, stand jetzt immer. Je nachdem, wo ich aber gerade bin, ob ich daheim bin oder bei meiner Freundin bin. Und wetterabhängig natürlich kann ich ein bisschen durchwürfeln. Also ich kann auch am Montag eine Kraft einhalten und dann Dienstag halt das Rumpf. Also das ist überhaupt kein Stress. Und auch die Schnellkraft einhalten zu verschieben auf einen Samstag zum Beispiel, mal Samstagvormittag, gar kein Stress. Aber so der Grobplan. Und dann ist Donnerstag wieder Fokus auf Rumpf, dann mehr, keine Ahnung, mehr in der Rotation zum Beispiel zu arbeiten oder mehr in einem Zirkel zu arbeiten. Bisschen mehr auf diese Intervallsache, dass du ein Zirkeltraining gehst, ein bisschen intensiver oder ein bisschen weniger, weil du dann am Nachmittag zum Beispiel Intervalle einfach machst. Entweder ganz stumpf auf der Laufbahn oder an einem Berg oder halt mit den Wattpedalen irgendwo hoch. Und ja, das versuche ich dann, da zum Beispiel das Rumpftraining relativ früh zu machen, dass ich dann am frühen Nachmittag die Intervalle noch machen kann, weil die auch sehr intensiv sind, dass ich mich einfach genug erhole für ein weiteres Krafttraining am Freitag, wo aber dann nur das Krafttraining drauf ist, keine zweite Einheit dann. Und dann kann ich das auch mal ein bisschen später machen, um 10, 11 oder wenn es halt das Wetter zulässt, einfach nachmittags. Samstag dann eine lange Ausdauereinheit. Okay. Was heißt dann lang genau? Bei mir, also viele werden jetzt lachen natürlich, die im Ausdauerbereich hauptsächlich unterwegs sind, beim Rennrad so knapp über zwei Stunden und zu Fuß eine Stunde, vielleicht ein bisschen mehr. Das sind so lange Einheiten. Man muss auch ganz klar sagen, im Slalom so die Durchschnittsrennlaufzeiten sind bei 50 Sekunden. Und darauf trainiere ich hin. Ich brauche eine Grundausdauer, um den ganzen Winter zu überstehen, das Trainingspensum an sich zu überstehen und gut zu regenerieren auf den nächsten Tag. Aber explizit, und da kommen wir dann wieder bei der Periodisierung, hin zum Winter, immer mehr IK, immer mehr Intervalle, immer höhere Lasten, immer kürzere Belastungszeit. Ja. Ja. Okay. So splittet sich das dann halt auf in der Woche, Einheit bis hin zum Wettkampf. Und jetzt sind wir schon in der Vorbereitung, wenn du halt dann Ski fährst, da fährst du am Vormittag zwei Stunden Ski, mit hin zum Skigebiet zurück, ist halt der Vormittag laufen. Dann kannst du am Nachmittag nicht mehr so viel machen, sondern schaust eher, dass du so ein Erhaltungstraining konzipierst. Bei uns ist es halt einmal die Woche mindestens Kraftbeine zu trainieren und das zu erhalten. Rumpf zwei-, dreimal, immer in Kombination mit Koordination. Also das passiert am Nachmittag noch, hinter den Kulissen, neben dem Skifahren. Und auf die sechs Stunden Ausdauer noch zu kommen. Sei es regenerativ oder dann mit ein bisschen so niedrigeren Intervallen. Okay. Dass da nichts passiert, dass du schlechter wirst, sondern im Gegenteil sogar mit der Skibelastung besser wirst. Besser, ja. Klar, weil die Belastung ja durchs Skifahren dann schon ganz anders und höher wird und dementsprechend musst du das Gesamtvolumen matchen, dass du sonst schießt über das Ziel hinaus, wenn du das weiterfährst. Ja. Wie viel Kilo in der Kniebeuge machst du da so? Also die höchste Last erziele ich immer beim E-Car-Training mit einer klassischen Pyramide. Da fange ich aktuell an mit acht Wiederholungen 110 Kilo, sechs Wiederholungen 120, 430 und dann gehe ich auf die drei mit 140, 150, je nachdem wie gut ich mich fühle. Und dann gehe ich nochmal wieder eine nach oben, die mache ich dann wieder nochmal mit 130. Also ich gebe es acht, sechs, vier, drei, vier und dann ist Ende. Ah, okay. Oder wenn es dann jetzt richtig intensiv wird, dann mache ich eigentlich nur sechs, vier, zwei. Und dann war ich jetzt die letzten Jahre immer bei 150, 160, war mal was meiste, was ich gemacht habe. Wobei ich dann auch sage, da war der Squat nicht mehr ganz so tief. Mit 140 schaffe ich noch einen richtig schönen Squat. Und Fokus beim E-Car-Training auch langsam runter, schnell hoch. Und da haben wir auch Messungen mittlerweile, auch im Krafttest, dass du halt da immer so, ja mit 140 schaffe ich jetzt keine Sekunde mehr. Aber bis 120 Kilo ist schon noch richtig flott. Okay, geil. Und jetzt, wenn du jetzt quasi Skifahren warst, das erste Mal wieder, wie geht es jetzt dann weiter? Weil wann geht es das nächste Mal zum Skifahren? Weil jetzt hier, weiß nicht, also es hat schon ein bisschen geschneit jetzt. Aber wo geht man jetzt Skifahren? Und wie verhält sich dann quasi auch die Periodisierung weiterhin zum Wettkampfstart eigentlich? Schmeißt du das dann komplett raus? Oder ist das dann so ein, zwei, drei entspannte Stabilisationseinheiten? Oder wie geht es da weiter? Also jetzt können wir das am aktuellen Beispiel ganz einfach machen. Heute ist Freitag. Letzte Woche Dienstag bin ich in Argentinien, also von Argentinien zurückgekommen. Da habe ich bei zwei Tagen gar nichts gemacht. Aufgrund Jetlag, da ein bisschen spazieren, ein bisschen joggen. Am Samstag habe ich dann mein erstes Beinetraining wieder gemacht. Alles reduziert vom Gewicht her. Super krassen Muskelkater bekommen. Sonntag dann nochmal Pause. Ein bisschen regenerativ was gemacht, ein bisschen ausdauertechnisch. Und dann ab Montag bin ich wieder so ein bisschen in den normalen Rhythmus jetzt reingefahren. So wie wir es jetzt auch im Sommer überhaupt auch hatten. Aber gegen Ende der Woche reduziert, weil heute ist Freitag. Heute habe ich zum Beispiel noch gar nicht trainiert. Da gehe ich auf Nacht noch ein bisschen joggen. Ziehe dann aber durch bis nächste Woche Dienstag. Mittwoch Pause, Donnerstag Anreise. An der Anreise, am Anreisetag mache ich noch ein bisschen Stabilitation. Und am Freitag sind wir Skifahren im Piztal. Also du versuchst dann schon, das vom Sommer noch so lang es geht durchzuziehen. Aber jetzt geht dann die Zeit los, dass zum Beispiel nächste Woche Donnerstag Anreise ist. Samstag, Sonntag, Freitag, Samstag, Sonntag Skifahren. Dann hast du ein, zwei, drei Tage Pause vom Skifahren. Da machst du dann wieder ein bisschen mehr Gym und Ausdauer. Aber immer in dem Verhältnis, dass es noch passt, dass du zur Anreise wieder fit bist. Weil vier Tage später ist die nächste Anreise wieder Piztal, glaube ich. Ich glaube, wir gehen zweimal Piztal. Ich glaube, einmal Söllen. Und dann fliegen wir relativ bald schon nach Skandinavien. Okay. Weil das erste Rennen ist in Skandinavien. Sich bislang den skandinavischen Schnee zu gewöhnen. Und das spielen die Temperaturen einfach so mit, dass du auch konstant gutes Schneebedingungen hast. Jetzt so auf dem Gletscher, es schneit brutal viel. Es ist weich und für uns eigentlich zu weich. Das ist zwar immer ganz schön, aber es hat nichts mit der Rennpiste im Endeffekt zu tun, sondern es ist mehr Bewegen auf Ski, Stangentraining. Gefühl bekommen. Stangensammeln, auch noch was zu testen, was auszuprobieren. Aber jetzt kommt dann so die Phase, wo du das vom Sommer ein bisschen so nicht schleifen lässt, sondern einfach veränderst. Aufgrund dieser Systematik, dass du immer zwei, drei Skitage am Stück hast mit einem Anreisetag. Unten im Abreisetag, wobei am Abreisetag eigentlich immer Ski gefahren wird. Dann ein, zwei, drei Tage zwischen den An- und Abreisepause hast, vom Skifahren, aber nicht vom Training. Und da gilt es natürlich dann, wie viel da leidet dein Körper oder wie gut ist dein Wohlbefinden, wie intensiv kannst du die drei Tage nutzen, beziehungsweise mit was kannst du die überhaupt füllen. Es macht keinen Sinn, die mit zwei Krafteinheiten zu füllen, weil dann bist du halt einfach komplett platt zur Anreise wieder. Sondern du machst eine kürzere, reduziertere Krafteinheit, um einfach dein Gewicht zu halten. Also dein Gewicht, was du bewegst. Und natürlich auch dein Körpergewicht. Um ein Trainingslevel, einen Trainingszustand oder einen Isstzustand zu halten. Und jetzt in den nächsten drei, vier Wochen sollte dann auch so das Peak erreicht sein, was ich mir über den Sommer erarbeitet habe. Und das versuche ich, so lange wie möglich halt es geht, über den ganzen Winter zu halten. Aber es wird natürlich immer schwieriger, weil du hast ja natürlich auch, immer musst du aufs Wetter reagieren. Dann ist mal Anreise, mal nicht geplant. Dann doch wieder eine Trainingseinheit. Dann ja doch keine Beine, weil wir jetzt schon einen Tag früher anreisen. Also kein Beintraining, weil wir einen Tag früher anreisen. Wir werden dann auch wieder schief angehen. Dann musst du brutal spielen. Das funktioniert nur, wenn du eine super Absprache mit einem Conny-Trainer und Athletiktrainer hast. Was wir uns jetzt über die letzten vier, fünf Jahre bei einem Deutschen Skiverband erarbeitet haben, dass wir ein sehr, sehr professionelles Level fahren können. Dass man das dann bis hin zum ersten Renntag einen Rhythmus reinbekommt und dann auch sehr erholt und kraftvoll oder energievoll in so ein Rennen reingehen kann. Also es läuft jetzt bis so zum November. Bei mir ist das erste Rennen so 20. November rum. Das ist jetzt so für mich die Findungsphase, wie funktioniert der Rhythmus für mich am besten? Wie viele Krafteinheiten mache ich noch? Wie viele Ausdauereinheiten mache ich noch? Man misst ein, zwei Mal mit dem Laktat rein, ob das so passt. Und dann ziehe ich das durch für die Saison. Geil. Worauf hast du dieses Jahr extrem geschaut, dass du besser wirst als letztes Jahr? Der Kraft-Ausdauer-Aspekt ein bisschen, weil so bei mir, das ist besser geworden in den letzten drei Jahren, aber so auf die letzten 15 Fahrsekunden ich verhältnismäßig immer die meiste Zeit liegen habe lassen. Da hat man dann mit Ausdauer, Kraft-Ausdauer gearbeitet, aber auch, was ja im Slalom sehr speziell ist, die Schnellkraft, so lange wie möglich zu halten. Also ein Kraft-Ausdauer, Schnellkraft-Aspekt. Das ist so der Hauptfokus gewesen, wo ich am meisten Potenzial gesehen habe in Verbindung mit der Ausdauer. Es war relativ intervalllastig bei mir dieses Jahr. Fand ich aber auch gut, weil das, ja, ich tue mir beim Krafttraining ziemlich einfach. Ich habe den Vorteil, dass ich schnellkräftiger Athlet bin und viel Gewicht bewegen kann. Selber auch eine sehr, sehr gute Grundmasse mitbringen und eine athletische Grundmasse mitbringen. Deswegen tue ich mir da grundsätzlich einfacher. Macht mir auch Spaß, das Training, aber bei so Intervallen muss man sich halt richtig quälen. Beim Ausdauertraining muss ich mich richtig quälen oder so. Das ist so mein Hauptaugenmerk gewesen und es hat meiner Meinung nach gut funktioniert, weil ich habe mich auch in den Tests, die mich dann immer jährlich haben, auf jeden Fall verbessert zum Vorjahr nochmal. Was wird da alles getestet? Klimmzüge, das haben wir schon besprochen am Anfang. Also es gibt zum einen die leistungsdiagnostische Untersuchung, die findet hier in München in der TU statt, wo du komplett durchgecheckt wirst, dass du überhaupt das Go bekommst, fahren zu dürfen mit einer Lactatmessung auf dem Ergo-Fahrrad, Ergometrie. 100 Watt alle drei Minuten, 30 Watt Steigerung, so lange wie es geht. Maximal Lactatwert, Pulswerte und ja, anaerobe Aerobe-Schwelle, das ist ein Trainingsteil. Dann ist ein neuer Test dazugekommen, ich weiß gar nicht, wie der betitelt wird, aber auch eine Testbatterie auf der Ergometrie mit maximal Watt auf 20 Sekunden, also ein Sprint. Andere Stufen, die durchgefahren werden in verschiedenen Wattwerten, dazu die Werte, Regenerationsfähigkeit wird gemessen, wie, welches Training oder welchen Trainingsaufwand in Intervalle, Grundlage musst du legen, um sich da zu verbessern. Wissenschaftlich ziemlich komplex, checke ich jetzt auch nicht durch, ich bin weder Sportwissenschaftler noch habe irgendwie Studiengang belegt, ich vertraue da voll auf das Feedback von Doktor, Professor, Doktor und Sportwissenschaftler plus Trainer. Funktioniert aber auch, weil ich mich verbessere in den Werten und ich fühle mich auch fitter. Beim Graf-Test ist ein Mobility-Teil dabei mit Grätsche nach Notenbewertung ist das so. Das sollte sich halt jetzt nicht groß verschlechtern, ich habe ein Hüftproblem, ich habe ein Hüft-Impingement, ich bin jetzt nicht der Beste in der Grätsche, aber da schaffe ich eine solide 3, 3 bis 4, aber die schaffe ich schon seit 4, 5 Jahren, also ich habe mich nicht verschlechtert. Stand and Reach ist praktisch mit gestreckten Beinen so weit wie möglich nach unten. Wie viel Zentimeter? Da bin ich bei minus 17, da bin ich bei minus 17. die komplette Handfläche liegt am Boden auf sozusagen. Genau, die kann ich ablegen. Das war dann, der Mobility-Teil war schon, genau, die Klimmzüge mit dem 10 Kilo Zusatzlast, dann haben wir statische Sprünge einmal mit Ausholbewegung, maximal in der Höhe, so wie ohne Ausholbewegung, an einer Druckmessplatte, die Skispringer arbeiten viel mit der Druckmessplatte, wird auch die Verteilung rechts, links angeschaut, vor Rückstand und natürlich die maximale Höhe, dann ein Schnellkrafttest, einbeinig durch so einen Hürdenparcours auf Zeit, mit Kontaktzeit auch, pro Feld, das berührt wird, also einbeinig, links, rechts, vor, rück, Kontaktzeit und Gesamtzeit wird gemessen und dann halt links-rechts Verhältnis, dann haben wir acht Wiederholungen kreuzheben, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil ich auch schon mal Probleme mit dem Rücken hatte, aber da mache ich, habe ich jetzt dieses Jahr solide 140 Kilo, acht Wiederholungen, super clean gemacht, weiß, ich weiß selber, für mich da geht mehr und ich möchte aber im nächsten Test mehr zeigen, aber es reicht erst mal, dann haben wir eine Testbatterie eben mit dieser Schnellkraft, mit dem Schnellkraftaspekt, startet bei mir mit 80 Kilo, also mit 86 Kilo eigenem Körpergewicht, langsam noch unten, schnell nach oben, vier Wiederholungen glaube ich, wie schnell kann ich das, Kniebeuge sozusagen, wie schnell kann ich die 80 Kilo bewegen, das wird dann gesteigert, also praktisch 80 Prozent vom Körpergewicht, ich glaube mit 60 startet es, 80 Prozent vom Körpergewicht, dann eigenes Körpergewicht, 120, 140 und da bin ich bis 150 Prozent gegangen, weil ab 0,75 Meter pro Sekunde, wenn du da drunter bist, wird abgebrochen, ich war noch drüber, aber da reicht es mir dann auch vom Gewicht, weil ich mit 150 Kilo nicht so schnell arbeiten möchte, einfach, und das passiert auch dann im Skisport nicht, sondern wenn du da 120, 130, 40 Kilo richtig schnell bewegen kannst, dann reicht das einfach für mein eigenes Körpergewicht, Größeverhältnis, und danach geht es in die Desmotronik, das ist eine elektronische Beinpresse, wo auch Seitenverhältnis in einem 90 Grad Winkel und 120 Grad Winkel statisch maximal und dynamisch maximal abgefahren wird und das Ganze krönt dann in unserem mittlerweile 90 Sekunden Test, ich weiß nicht, glaube ich 60 oder 70 Prozent, 60 Prozent glaube ich sind es von der Maximalkraft, die als Linie eingeblendet werden, beim Drücken und beim Halten, wo du versuchst, 90 Sekunden lang diese 60 Prozent durchzufahren. Okay. Und das ist natürlich krasser Laktateinschuss, der wird natürlich auch gemessen, auch wie schnell du dich danach erholst und grundsätzlich, wie lange du das halten kannst, um einfach so einen Wert zu bekommen, wie gut ist deine Kraftausdauer und noch der Faktor, so ein bisschen das Skibezogene, wenn wir auch Drücken halten in der Skibewegung haben, aber es ist halt krass viel anstrengender als Skifahren an sich, weil Skifahren viel harmonischer ist, als in dieses Gerät reinzudrücken. Aber es ist halt ein Istwert, den du hast, über Jahre hinweg ist der jetzt relativ unverändert gewesen, der Test, ah, habe ich vergessen, Koordination auf einem Drahtseil, vor-zurück, seitlich, es sind so verschiedene Stufen, die du durchgehst, also ich glaube, ich starte mit einmal vorwärts, einmal rückwärts, einmal linksseitlich, einmal rechtsseitlich, dann kriegst du einen Ball zugeworfen, den musst du zwischen den Beinen durch, dann musst du eine Kniebeuge auf dem Drahtseil machen, es sind glaube ich sieben oder acht verschiedene Übungen, dass einfach dein Koordinationslevel so bemessen werden kann. Das ist natürlich aber alles Tagesform abhängig. Aber bei den Kraftsachen sieht man schon dann immer eine Tendenz, wo es hin geht, also Schnellkraft, Kraftausdauer und Maximalkraft wird in dem Testverfahren so durchgetestet, dass du Anhaltspunkte über die letzten Jahre halt einfach hast. aber habt ihr auch irgendwas drückendes mit dabei? Also quasi, weil Klimmzüge ist ja im Endeffekt ziehend, habt ihr irgendwie so Bankdrücken oder irgendwas? Ich glaube bis vor fünf oder sechs Jahren Bankdruck. Man hat aber einfach gesehen, dass Bankdruck überhaupt nichts mit dem Skifahren zu tun hat. und es sind dann auch Übungen mal drin gewesen, man hat auch über die Klimmzüge schon diskutiert, ob das wirklich sein muss, weil du fährst halt nicht mit den Armen Skien. Es ist zwar wichtig, dass die Arme stabil sind und es gehört eine gewisse Grundkraft am Oberkörper, Rumpfbereich dazu, dass du da gut bist im Skisport, aber es ist kein Faktor, der dich jetzt, es ist überhaupt kein Indikator, dass wenn du 15 Klimmzüge schaffst, dass du gut Skifahrst, genauso wie beim Bankdrücken und beim Bankdrücken haben sich tatsächlich immer relativ viel auch ein bisschen verletzt. Schulter und Co. wahrscheinlich. Schulter, Muskelfaserrissen, hat man das einfach rausgemacht, weil wir sind alle sehr kompetitiv und ich habe mich zum Beispiel auch selber mal verletzt, weil ich habe auch, mein Maximum war 120 Kilo Bankdruck, absolut sinnlos für mich und dann habe ich auch für mich gemerkt, ich habe zu viel Oberkörpermasse, die muss ich auch irgendwie bewegen und deshalb ist so das Oberkörperthema immer ein bisschen in Kritik, wie viel Oberkörper brauchst du wirklich, das muss zur Gesamtmasse dann passen, aber es soll dich natürlich nicht beeinschränken beim Skifahren, weil jedes Kilo, was du zu viel mit rumschläfst, musst du ja auf Ski auch bewegt werden. Grundsätzlich sagt man, Masse ist Macht, klar, es geht ja auch um Bergabbewegung und Fliehkräfte, Beschleunigungen, aber wenn die, die Haxen müssen das halt auch halten können, wenn da von oben halt nochmal 5 Kilo mehr drücken in der Kurve, was eh schon abartige Belastungen sind und wenn dann, weil jetzt, das macht voll Sinn. Und ganz egal, ob das jetzt aktiv oder passiv in Masse ist, du musst es bewegen und ja, die letzten Sachen, was noch getestet werden, sind Rumpfmaschinen, sind glaube ich von schnell, sind die Maschinen, glaube ich, wo du auch statisch, statisch in gewissen Winkeln maximal Bauch, Rücken haben wir auch rausgenommen, war auch mal drin, weil sich so viele in den Rücken verrissen haben, halt maximal da reinzudrücken, wenn du nicht ganz aufgewärmt bist oder sonst irgendwas. Seitneigung, Rumpf, in der Maschine und Rotation, Rumpf. Und zum Beispiel Rotation, Rumpf habe ich auch seit 5 oder 6 Jahren nicht mehr gemacht, wenn ich mir auch zweimal schon in der Schulter was einklemmt habe und halt einfach das Risiko nicht eingehe, wenn ich da maximal reindrücke und wenn ich den Test mache, dann mache ich das maximal bis halt auf sowas wie zum Beispiel Kreuzheben, weil da kannst du es dir ein bisschen legen, du weißt, wie viel du zulassen kannst und bei einer statischen Rückbewegung in den Widerstand. So Warm-Up-Gewicht hoch rampen und so weiter, bist dann eigentlich in der Übung drin und das ist dann nochmal was anderes wie von jetzt auf gleich Vollgas reinzupressen und deshalb lasse ich das auch weg. Aber im Rumpfbereich habe ich zum Beispiel auch super, super Werte und ja, es sind alles so Indikatoren über die Jahre hinweg, wie viel hat das Sommertraining gebracht, wie gut war deine Entwicklung, dafür sind die Tests da. Cool. Geil. Und Thema Regeneration, hast du da quasi, also steuern das auch deine Athletik- und Condi-Coaches oder hast du quasi da auch einen Regenerations-Coach oder Physio wahrscheinlich auf jeden Fall, aber so, wie wird so das gemanagt und ist das auch vom Verband direkt oder sind das externe Leute oder wie sieht das aus? Also es gibt einen Physio, der für unser Team zuständig ist, der auch ins Allgäu dann extra fährt, um Behandlungen zu machen, der bleibt dann manchmal über Nacht auch, um zwei Tage direkt abzudecken mit vier, fünf, sechs, sieben Athleten, was wir da sind, um die Regeneration auch zu optimieren. Zusätzlich bin ich auch daheim ab und zu bei einem Physiotherapeuten, mit dem ich auch unter anderem meine Reha gemacht habe, um einfach geregelt Physiotherapie zu haben, gar nicht wegen irgendeinem Problem, sondern nur wegen Regenerationszwecken und das ist so, was du selber ein bisschen lernen musst. Also die Trainer geben dir schon vor, welche Einheit jetzt regenerativ sein sollte. Du misst ja auch zwischendrin immer wieder Laktat oder hast irgendwelche Messungen, wo du siehst, wie bist du gerade ziemlich drüber oder geht noch ein bisschen mehr. Da kann man schon viel messen. Grundsätzlich ist aber so die Erfahrung über die letzten Jahre auch viel Wohlbefinden. Also wenn ich dann merke, ich bin einfach scheiße blatt, dann fällt morgen die Einheit einfach kürzer und ein bisschen ruhiger aus, damit ich dann für den übernächsten Tag wieder habe und wenn ich dann aber merke, der übernächste Tag ist auch noch richtig, kurzes Telefonat, kurz Bescheid geben, auch sagen zum Beispiel, hey, mir ist aufgefallen, Pulswert ist super hoch, obwohl ich eigentlich erholt sein sollte aufgrund des Plans, aber es war ja irgendwas, bin leicht angeschlagen. Viel Kommunikation, ganz wichtig. auch eine Vertrauenssache zu den Trainern, aber die ist mittlerweile bei mir auch da und dann Erfahrung, dass ich dann sage, ich muss ein bisschen rausnehmen oder so. Ich habe aber auch schon angerufen und gesagt, hey, dritte, vierte Woche, wie schaut es aus? Wir können mehr Gas geben. Ich habe Bock, ich fühle mich gut, ich bin erholt, lass Gas geben. Okay. Kommt auch vor, klar. Macht ihr auch dann regelmäßig Deload-Wochen? Ja, das ist gut, der Deload-Begriff, der fällt jetzt nicht bei uns, aber wir haben eine Regenerationswoche beziehungsweise dann eben eine reduzierte Woche von Gewicht und Umfang her. was da dann Deload ist. Bei uns heißt es dann immer Regenerationswoche oder wie ich auch immer Spaßes habe dazu zu sagen, Sport- und Freizeitwoche. Da kriegst du dann auch mal vier, fünf Tage einfach so, erhol dich, mach auf das, was du Lust hast. Auf entspannt so. Mach auf entspannt, aber geh nicht über, keine Ahnung, übertreib es jetzt nicht beim Ausdauertraining, geh nicht über 150, 60 Puls, sondern bleib im unteren Bereich und mach auf das, was du Bock hast. Wie viel schläfst du am Tag? Habe ich noch nie getrackt, aber ich habe grundsätzlich einen sehr guten Schlaf. Muss mich aber auch zwingen, ab und zu ein bisschen früher ins Bett zu gehen. Wenn ich um acht Uhr im Kraftraum stehe, stehe ich meistens um zehn vor sieben auf, dass ich so eine Stunde zehn habe, um zu frühstücken und in den Kraftraum zu kommen. Ich habe bloß fünf Minuten zum Kraftraum, ist super in Oberstorf, gar kein Stress. Kurze Wege. Deswegen erreicht mir so die Stunde, aber beim Skifahren muss man sich schon zwingen, dann auch mal wirklich Licht um 9.30 Uhr auszumachen, nicht zu lang zu glotzen, nicht zu lang zu lesen. Ich würde sagen, ich komme auf jeden Fall immer über sieben Stunden und versuche eher so auf acht zu kommen. Im Sommer ist aber, wenn du halt am Platt bist, Problem ist neun Stunden und was ganz wichtig, Mittagsbubu. Ganz oft. Echt? Ja, gerade an den Krafttagen. Stimmt, vor allem zwischen den Einheiten dann eh. Also da mache ich echt so gerne so klassischen Powernap und manchmal, ja, vergiss ich halt da einen Wecker zu stellen, dann zündest du halt mal eineinhalb Stunden, dann musst du dich schon wieder ein bisschen aufrafen. Da bin ich eigentlich. Genau, aber ja, Schlaf kommt definitiv nicht zu kurz. Ich meine, du hast ja auch wirklich den ganzen Tag Zeit, das hinzubekommen, die zwei Einheiten und dann ist, ja, ist schon Zeit für ein Nap. Das ist schon, ja, cool in der ganzen Geschichte. Geil, geil. Ja, du hast jetzt schon ein paar Mal angesprochen mit deinem Knie, da war ja 2021, war eine Verletzung. Ich nehme es dir jetzt mal vor, soweit ich informiert bin. Ja. Und zwar, deine Kniescheibe ist rausgesprungen beim Warm-Up-Fußballspielen. Genau. Und das MPFL-Band ist abgerissen oder ausgerissen eigentlich. Abgerissen, ja. Abgerissen plus Knorpelschaden. Genau. Und also ein riesen Unfall im Endeffekt. Wie lang, also, dass das blöd war und so weiter, brauche ich glaube ich jetzt nicht groß besprechen, aber wie, wie, wie lange ging es quasi, bis du wieder die ersten sportlichen Einheiten machen konntest nach der Operation. Also, wie lange konntest du quasi erstmal nichts machen und wie, wie ging das dann los? Also, ich musste erstmal eine Woche warten, bis das Ganze abgeschwollen war wieder und, witzigerweise, wollte ich mich halt einfach von meinem Doktor, der auch schon mein anderes Knie operiert hat, auch Knorpelproblem, damals nur arthroskopisch, nicht ganz so wildes, wollte ich mich unbedingt von dem operieren lassen, der war zu der Zeit auf Malle im Urlaub. Der Dr. Manuel König aus München, OZ in München. Auf dem musste ich warten, bis ich das überhaupt operieren konnte, also ist eine Woche gar nichts passiert. Dann, ja, direkt nach OP war so Bewegungsmaschine, das Maximum, durchbewegen vom Physio, das ging so mit Krücken laufen, glaube ich, bin drei oder vier Wochen Krücken gelaufen. Dann durfte ich wieder so weit belasten, in ganz, ganz hohen Winkeln, um wieder zu gehen. Treppen laufen konnte ich bestimmt drei Monate nicht. Krass, okay. Weil das vom Schmerz über den Winkel, also der Knorpel ist so großflächig rausgebrochen, wir reden davon, so, ja, ein Euro-Stück, Gott sei Dank sehr punktuell kreisrum. Ich glaube, es waren so 1,2 Zentimeter Breite und knappen Zentimeter Länge, so von der Fläche her. Knorpeltransplantation, also wieder eingesetzt mit einem Verfahren, das sich Minz-Kartilasch nennt, also das zerplatzte Gewebe, gesammelt, zerschreddert und mit Biomasse wieder genauer an die Stelle eingesetzt, ausgehärtet. Sehr junges medizinisches Verfahren, wie mir erklärt worden ist, das sehr früh sehr viel Bewegung benötigt und dann auch Druck, weil so ein Knorpel ernährt sich von den Nährstoffen nur über Druck, der wird nicht durchblutet, nur durch, wie ein Schwamm wurde mir das erklärt, nur durch Druck, Belastung, Entlastung. Dann dazu ganz wichtig, ganz viel Bewegung, um das abzuschleifen. Also das ist zwar glatt eingesetzt, aber das schleift sich halt über die Bewegung nochmal anders ab. Also Bewegung war von Anfang an extrem wichtig und dann mit dem Gen auch die Belastung und ich musste immer in den Schmerz rein und das hat mich am Anfang richtig gefickt, Entschuldigung, dass ich das so sage, mental auch, weil ich wusste, ich muss immer Tag für Tag den Schmerz provozieren und auch drüber rausgehen und dann auch wirklich so geplante Tage einsetzen, wo ich es so ein bisschen übertreibe, dass dann ein, zwei Tage nix geht, weil nur so kriegst du die Schmerzresistenz wieder hoch. Und das war vom Mindset schon richtig übel und da habe ich auch lange gehadert mit mir, glücklicherweise, glücklicherweise ist es saudumm gesagt, der Schmied Manuel, sehr guter Freund, Mannschaftskollege aus der Spinsch-Mannschaft, ist, also ich im Aufwachraum lag ins Krankenhaus gekommen mit drei gebrochenen Brustwirbeln, Kreuzband, Innenband und Meniskusschaden, den hat es bei der Abfahrt zerlegt, richtig, richtig übel zerlegt und mit dem konnte ich die komplette Reha machen, also wir waren immer zu zweit auf der Couch und konnten das uns da gegenseitig ein bisschen hochziehen, weil mich das mental komplett fertig gemacht hat und da war eine Riesenstütze, auch natürlich Familie, Freunde, Freundinnen, aber das hat mich brutal runtergerissen und bis ich dann mal wirklich eine sportliche Aktivität habe machen können, wo ich gesagt habe, das hat jetzt wieder was mit auch Breitensport zu tun oder Hobbysport, das war so ein Oberkörpertraining, wo ich dann nach knapp eineinhalb Monaten wieder machen konnte. Davor war so ein bisschen Aqua-Gymnastik, Bewegungsmaschine, dann eben ohne Krücken laufen und von dem Zeitpunkt, wo ich ohne Krücken laufen konnte, bin ich halt auch wieder in den Kraftraum gegangen und habe da so meine Durchbewegungsübungen gemacht und für mich einfach, um Fitness zu halten, ein bisschen Rumpf, ein bisschen Oberkörper, wobei Oberkörper halt einfach super funktioniert hat, weil das komplett schmerzfrei gegangen ist, alles was so Rumpf mit dabei war, war auch irgendwie immer das Knie, das Fuß in Bewegung, das hat immer wehtan. Da konnte ich sagen, das hat ein bisschen was mit Sport zu tun gehabt und dann so richtig nach der Akutreha, die ich dann am Schliersee gemacht habe, wo ich dann wieder ein bisschen radeln konnte, wo ich dann mit so 100 Watt ein bisschen kurbeln durfte, da konnte ich mich dann das erste Mal wieder ein bisschen auspowern, wo ich ins Schwitzen kommen will. davor hast du aber auch gar nicht das Verlangen so, dich auszubauern, ins Schwitzen zu kommen, sondern es ist alles mühsam, es tut alles weh und es ist alles so, boah, wird das wieder und so. Und so die ersten richtig sportlichen Einheiten habe ich dann, ich sage so, dreieinhalb, vier Monate, dreieinhalb Monate nach OP gemacht, wo dann belastungstechnisch ein bisschen was ging wieder, wo ich so, so dann auch normal radeln durfte, mit Ziehen und Drücken, also auch mit Klickpedale, weil es davor war, Klickpedale, ich konnte ja nicht mehr einklicken, das hat so wehtan in der Rotation, ich konnte nicht mehr einklicken oder es ging einfach auch nicht krafttechnisch. Da hatte ich dann wieder so mehr Spaß dann auch wieder am Sport, aber das ganze Ding, das war schon, also sechs Monate Reha und ich glaube neun Monate waren es dann vom Unfall, Zeitpunkt August, das erste Mal Skigfahren bin ich dann im September das Jahr drauf, also es war schon Krass. September, Oktober waren dann die ersten Skitage, es war übel. War das auch die Zeit, wo du dann ein bisschen mit Klimmzügen und so und Dingen dich reingefuchst hast, so als da, wo wir eigentlich ganz am Anfang gestartet haben, wo du meintest so ein bisschen, da brauchst du eine andere Challenge, so? Ja, da war ich auf jeden Fall krass fit, oberkörpertechnisch, wo ich dann auch gemerkt habe, es war einfach zu viel, es war einfach auch zu viel Masse, die ich dann hatte. Da war ich knapp bei 90 Kilo und war wirklich, also mit dem 10 Kilo Zusatzgewicht, 15 Klimmzüge, gar kein Problem und da habe ich dann auch beim Test die 17 Stück gemacht mit 10 Kilo Zusatzgewicht. Das ist einfach zu viel, aber es war halt das Einzige, was ich trainieren konnte. Aber da habe ich mich nicht so richtig reingefuchst, sondern Oberkörpertraining generell einfach, hat mir Spaß gemacht. Meine allererste Verletzung, die ich hatte, das war ein Schienbeinkopfbruch mit 17. Da hatte ich auch Rücken, gestauchtes Sprunggelenk und so weiter. Das ist tatsächlich beim Skifahren passieren, aber beim Off-Pist-Skifahren, also beim Powdern, hat sie mich da gelegt. Da hatte ich das, dass ich da voll mich reingefreakt habe. Und da habe ich dann auch mit 18, glaube ich, war das, 18, 19, habe ich meinen ersten Muscle-Up gemacht. Geil, okay. Da waren es halt 1, 2 und da bin ich da so ein bisschen dranbleiben und ich hatte dann immer mal wieder eine Verletzung eben, einmal Sprunggelenk, einmal atroskopisch, Knieknoppel rechts bis hin zu ganz großen Verletzungen, Knie links. Oberkörper ging immer, weil ich nicht am Oberkörper verletzt war. Deswegen, das war so ein Zeitraum. Ich sage so, mit 19, 20 war so der Drive, wo ich mich so richtig reingefreakt habe in die Szene, Kraftsport, Oberkörper auch und da ist dann auch das mit dem Muscle-Up und den Klimmzügen gekommen und ich war immer, von dem Zeitpunkt war ich immer überdurchschnittlich gut für einen Skifahrer im Oberkörper-Training oder generell in dem Kraftbereich und auch Rumpf, Gott sei Dank, weil da war ich davor eher zu schwach, weil wir hatten ja ganz am Anfang davon gesprochen, dass ich es eher so ja, hobbymäßig, spaßmäßig alles gemacht habe, da war ich eher zu schwach, zu schwammig, sage ich immer und da bin ich dann so für mich, wo ich auch sagen kann, richtige Maschine geworden, Rumpfkraft, Rumpfmaximalkraft in der Rotation und ja, habe da, ich glaube mit den Klimmzügen nach wie vor immer noch DSV-Rekord und auch Rumpfkraft, habe ich auch Rumpfkraft isoliert, frontal, habe ich auch den Rekord und ja, das werde ich hoffentlich noch ein paar Jahre halten können, auch jetzt in meinem Alter, ja, bin ich schon ein bisschen stolz drauf, weil das habe ich gelernt über die Verletzungen, da bin ich so blöd, es klingt tatsächlich zum besseren Sportler, zum bewussteren Sportler geworden, ja, wer weiß, ob das jemals so passiert wäre, im Nachhinein, kann ich jetzt so sagen, dass das ein guter Aspekt war von der Reha, wirklich so Comeback stronger, das hat funktioniert vom Drive her, viele zerbrechen daran, aber auch ja, und ich war echt am Anfang auch kurz davor, dass, dahinter frickst du schon sehr, sehr viel, ja, und ja, auch so langfristig jetzt gesehen, Knie zwickt immer wieder, aber ich kann Skifahren, ich weiß, ich kann meine drei guten Skitage machen, brauche ich einen Tag Pause und spiele natürlich auch in die ganze Krafttrainings, Periodisierung bei mir immer mit rein, aber das ist ein ganz anderes Problem, das ist halt mein Problem, aber ich bin super happy, so wie es war, alles ist, klar schränkt mich das auch hier und da ein und ich bin aber mittlerweile clever genug, dann auch die Pausetage wirklich aktiv zu nehmen, um schlussendlich dann eine bessere Skifahrer wieder zu sein. Ja, was würdest du einer Person jetzt mitgeben, die vielleicht sich auch gerade verletzt hat, auch unabhängig, Knie, Schulter, Ellbogen, Handgelenk, was weiß ich, die jetzt vielleicht gerade nicht ihren Sport ausmachen kann, sowas würdest du der Person mitgeben als Learning von dir, um über die Zeit hinweg zu kommen? Ja, also das Wichtigste ist, glaube ich, am Anfang wirklich runterzufahren, Distanz zu bekommen, aber nicht Distanz im Sinne von ich mache es nie wieder, sondern im Sinne von, okay, ich beschäftige mich rund um das Problem, so ja, wie ist es denn zu dem Umfall gekommen? So, wenn du keinen punktuellen, also keinen Zeitpunkt oder Zeitraum festlegen kannst, an dem hat es gelegen, das ist überhaupt nicht schlimm, sondern bei mir waren auch so viele Faktoren dafür zuständig, dass der Unfall passiert ist, so wie er passiert ist, weil es war total lächerlich, der Unfall, ja, ich bin im Endeffekt, kann ich sagen, ein bisschen so beim Jonglieren mit dem Ball gestolpert und habe so eine Drehstreckbewegung gemacht und dann hat es halt geschnalzt, Haxen weg, Kniescheibe raus, umgefallen und dann hockst du da und denkst dir so, wie zum Teufel kann das passieren? Ich war gut in Kraft, ich war gut in Ausdauer, ich habe nicht überzogen und so weiter. Versuchst du das ein bisschen so für dich aufzuarbeiten, woran hat es gelegen und wo kann ich da noch was rausholen? Bei mir war das dann auch Ernährung, konnte ich mich ein bisschen damit mehr beschäftigen und dem Problem und um das Problem drum herum arbeiten, in dem Fall ja mit Oberkörper-Rumpf-Training. Dass ich sportlich bleiben will, steht außer Frage, ich will ja den Sport auch weiter ausüben und für einen breiten Sportler oder Hobbysportler oder auch Sportler, der irgendwelche Ziele hat wie Marathon etc., befass dich mit dem Problem und such eine Lösung drum herum, würde ich mal sagen. Viel geht über Ernährung, ist ein geiler Aspekt, auch einfach um ja nicht auseinander zu gehen wie ein Schwamm sein. Das ist natürlich auch immer echt schwierig, aber du darfst dir am Anfang die Zeit nehmen, um dann den Drive wieder zurückzubekommen und der schaut halt ein bisschen anders aus, wie du es davor gemacht hast und du musst definitiv was verändern, weil sonst wäre es definitiv nicht zu dem Problem gekommen. Das war so immer mein Gedanke dahinter und das hat mich unterm Strich einfach zu einem besseren, auch breiten Sport aufgestellteren Sportler gemacht in vielen Dingen. Es ist Koordination, Ausdauer, Schnellkraft, Kraftausdauer, und Kraft dann am Ende. Ja, plus mental natürlich auch extrem gewachsen. Klar, es ist unausweichlich, sage ich. Ja, geil. Mega, also ich habe glaube alle Fragen so lange, ich hätte schon so ein paar, aber ich glaube, jetzt haben wir echt einen richtig geilen Überblick bekommen. Ja, perfekt. Mega, mega nice. Ich schaue gerade hier noch, aber jetzt alles, was ich mir aufgeschrieben habe, haben wir abgedeckt. Ja, sehr gut. Das war jetzt auch schon, ja war ein bisschen. Wir sind jetzt eineinhalb Stunden knapp. Ja, das ist eine gute Länge, glaube ich. Stabil, ja. Hier für deine nächste längere Distanz Einheit. Kann ich nochmal drüber hören. Das ist perfekt. Nee, mega geil. Wir haben ja, wie du vielleicht auch schon weißt, eine eigene Playlist zum Podcast. Ja. Und da möchten wir sehr gerne dann eben von unseren Gästen zwei Lieder haben, die wir hinzufügen können. Das ist eine Trainingsplaylist, die jetzt quasi die Community auf Spotify abonnieren kann. Heißt der Soundtrack zum Calisthenics Play, nee, die Playlist zum Calisthenics Podcast, so heißt es nämlich. Und jeder Gast hat bisher eben zwei Lieder reingehauchen. Das ist mittlerweile schon echt, keine Ahnung, ein paar Stunden groß. Und das ist eine coole Sache, weil man immer neuen Input bekommt. Plus, wenn man das hört, von wem war denn das Lied? Und man erinnert sich wieder an den Gast. Das ist eine coole Sache. Deswegen fallen dir denn jetzt ad hoc zwei Lieder ein, die du im Training selber halt hörst oder vielleicht vorm Start oder so irgendwas, so eine kleine Story dazu? Also ich höre vorm Start höre ich keine Musik, kann ich mir mal sagen. Außer es kommt zufälligweise Musik, dann ist mir das egal. Aber ich benutze das, den Musik, Aspekt so, benutze ich einfach nicht in meiner Startbevorbereitung. Aber im Training höre ich, ich habe auch eine Gym-Playlist und auch Intervall-Playlist und so. Und das fiel auch ein bisschen Techno-Rock, dass ich wirklich aufgepusht bin so fürs Krafttraining und so weiter. eine Band, die ich sehr gerne höre, ist The Offsprings. Ich muss jetzt aber kurz überlegen, wie das Lied heißt, sonst müsste ich noch nachschauen. Generell sind alle sehr, sehr gut. Offspring. The Offsprings, ja, das ist eine Rockband. Vielleicht fällt mir das Lied gleich noch wieder ein. Das sind mal die fünf Besten auf jeden Fall oder die meistgehörtesten. Ja, The Kids Aren't Alright. Das ist mega. Das kann man sich auf jeden Fall reinziehen beim Training. Wer so auf die eher rockige Geschichte steht und was nennen wir denn als zweites? Bisschen zugefügt. Sehr gut. Gibt es auch noch nicht. Ah, das ist auch wichtig. Das ist mittlerweile langsam gefährlich tatsächlich. Wie viele Lieder sind ungefähr drin? Warte kurz, muss ich auch kurz gucken. Genau, habe ich kurz Zeit zu spicken. Ja, du kannst parallel spicken. Was zu meinen Lieblingssongs drin ist. Also, wir haben 68, ah ne, das sind die, also es sind vier Stunden Musik und keine Ahnung, es steht jetzt nicht dabei, wie viele das sind. Es sind auf jeden Fall einige bei vier Stunden schon mal. Ja, und halt auch alles wirklich querbeet, was echt geil ist. Es wurde schon einiges mal nice. Ja. Komm, wir nehmen ein aktuelles Lied, was ich gerade ziemlich feiere, was ich jetzt auch vorgestern im Gym maximale Lautstärke gehört habe. Familienfeier von Kai Z. Ah. Bisschen dirty, witziger Text und irgendwie geiler Vibe beim Pumpen. das hat mich becatcht. Das hat es auch in meine Playlist geschafft und wir gerade, kommen gerade jeden Tag im Kraftraum, wenn ich bin. Hier, witzige Story dazu, der DJ von Kai Z, vor allem der Tour-DJ ist auch in Allgäu. Ah, Joe. Nice. Und der sitzt hier in München und ganz liebe Grüße. Ja, Joe, liebe Grüße und der ist, der produziert eigentlich die Tracks und so weiter mit den Jungs und letztens hatte ich ihn und Maxim war das, glaube ich, in der Tram getroffen. Ach geil. Weil sie gerade rausgefahren sind, die haben da ihr Stuhl, darf ich jetzt nicht sagen, wo es ist, aber einfach weitermachen, das sind geile Beats. Sehr gut. Richtig cool. Nee, perfekt, dann habe ich das auch direkt hinzugefügt. Jetzt sind es, ah, 63 Songs. 63, genau. Ist top für viel Variationen im Kraftraum schon mal. Definitiv. Vielen, vielen Dank, Sevi. Richtig geil, geiler Input. Also, war eine sehr geile Folge, richtig viele Schmankerl dabei und den krassen Überblick über den Sport. Ich glaube echt, dass wenn jemand jetzt auch vielleicht noch nicht so viel darüber weiß, jetzt fast alles weiß und das Coole auch so ein bisschen auch versteht, was da ja wichtig ist und auch das Training immer mega interessant, was ich sehr geil fand und es wird auch dazu führen, dass wenn man dir, euch im Fernsehen zuschaut, dass man da auf jeden Fall nochmal gespannter zuschaut, weil man weiß, um was es geht und natürlich eine Person kennt, ich zumindest jetzt. Ja, das hoffe ich, dass das einige auch noch abholt, die jetzt immer nicht nur über das Skifahren an sich sprechen wollen, sondern wirklich hinter die Kulissen, hinter die Arbeit da auch schauen, weil ja, das bei jedem Leistungssport einfach steckt halt so viel dahinter. so viel Fleiß und ja, auch Tränen dahinter und sehr interessant auch für mich da mal intensiver drüber zu reden, weil es wird oft einfach nur so angeschnitten oder halt als ja, so akzeptiert angesehen, ja, der muss halt ein bisschen trainieren oder er muss halt so und so viele Stunden investieren, aber wie die ausschauen, die Stunden, ist halt dann schon nochmal was anderes. Und dass du da deine 40, 50 Sekunden maximal ballern kannst quasi, basiert ja, also daher kommt es ja auch irgendwo her so, dass du überhaupt die Leistung da hast, ja, richtig geil. Nice. Von meiner Seite gibt es wirklich keine Fragen mehr jetzt, deswegen darfst du die Folge beenden, gerne, wo man dich auf Social Media findet. Ich, ja, habe alle Fragen gestellt, ich verabschiede mich, wie du deinen Podcast oder da, wo du bisher vielleicht auch zu Gast warst, als Experte dabei warst, wie du das da vielleicht auch beenden würdest und ein, zwei Worte noch an die Community richten. Okay, ja, sehr gerne, also vielen Dank erstmal, es hat sehr viel Spaß gemacht zu finden, eigentlich ganz einfach, hauptsächlich auf Instagram Sebi Holzmann, ich habe auch noch ein Facebook-Profil, aber wie wir wissen, stirbt das ja aus, deswegen einfach nur Insta und, ja, folgt da gerne rein, ich versuche auch ein bisschen abseits vom Leistungssport, so den, den Vibe von, von, von einem Skifahrer einzufangen, ein bisschen Lifestyle mit reinzubringen, mir macht das auch Spaß, mir hat sowas, mir macht sowas auch sehr viel Spaß, vielleicht können wir ja nochmal quatschen über, über andere Themen, aber, ja, für euch würde ich einfach nur sagen, viel Spaß im Gym, auf der Piste, auch auf einer Reha, verliert nicht den Drive und bleibt stabil. Ich glaube, es ist wirklich rübergekommen, wie gut wir uns verstanden haben, es war ein richtig guter Vibe, wir haben uns so verquatscht eigentlich schon fast, aber ich habe wirklich, ja, ich habe so viele Fragen gehabt und die wollte ich alle an Mann bringen und er hat super gute Antworten gehabt, er hat richtig viel Bock gemacht, muss ich wirklich sagen und da bin ich mir sicher, dass wir die ein oder, oder das ein oder andere Rennen vielleicht sogar live auch mal vor Ort uns anschauen werden, jetzt in der Saison, um den Sebi dazu zu supporten, freut mich sehr, auch ihr, wenn ihr da jetzt irgendwie im Fernsehen schaut, dann wenn es losgeht, dann supportet den Sebi, schaut auf seinem Instagram auf jeden Fall vorbei, es ist wirklich ein sehr angenehmer, cooler Typ, und der sehr viel und sehr guten Sport macht und offensichtlich auch eine ganz schöne Maschine im Klimmzüge ist, also wer 17 Klimmzüge mit 10 Kilo Zusatzgewicht macht, der hat Support verdient, würde ich sagen, vor allem im Calisthenics Podcast, deswegen, sauguter Fit und wenn ihr mit Calisthenics anfangen wollt, dann meldet euch gerne bei uns für ein kostenloses Beratungsgespräch, bei dem wir mal einen individuellen Calisthenics Fahrplan für euch aufbauen, dann schauen wir uns da mal an, wo steht ihr aktuell, was ist notwendig, um aufs nächste Level zu kommen, wir gehen mal rein und schauen die individuellen Gegebenheiten an bei dir und erstellen dann mal so einen roten Fahrplan für dich, wie du jetzt im Idealfall mit Calisthenics startest oder einfach weiter durchziehen kannst, aber mit System, damit du da von A nach B kommst und natürlich auch eine sinnvolle Zielsetzung, dass es dann eben auch eine realistische Einschätzung gibt von unserer Seite, wie lange du auch brauchst, um dann dein Ziel vielleicht auch zu erreichen, was dafür notwendig ist, dafür sind die Beratungsgespräche da, deswegen bucht euch gerne einen Termin unter www.flex-calisthenics.com, dann schauen wir uns das Ganze mal gemeinsam an und dann hören wir uns ansonsten im nächsten Podcast, in der nächsten Folge, vielen Dank fürs Einschalten, wenn es euch taugt, hinterlasst gerne ein bisschen Feedback, freut uns immer sehr und eine positive Bewertung, in diesem Sinne macht es gut, liebe Grüße und bis zur nächsten Episode des Calisthenics Podcasts, Ciao!